Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Red Dead Online Challenge mit einem aus dem Team Pizmi und heute wird's mal wieder Zeit für Poker. Da seht ihr noch mal die Pokerblätter, wenn man mit dem linken Stick reindrückt, Peter, kannst du mal die Pokerblechchen zeigen, die ihr alle gibt. Und wie hoch die sind. Da kannst du ja das Haus einfach 8 Cent, wofür denn? Dafür dürfen wir den Tisch benutzen dürfen, oder was? Ja, scheinbar. Kraftjährigen Wichser. Wir trinken ja auch nichts. Das finde ich auch schade, warum kann man nichts trinken dabei? Ja, und wenn du genug gesoffen hast, dann geht der selber mit oder checkt, ohne dass du was bestimmen kannst, weil du besoffen bist. Das finde ich echt ganz geil. Oh, das wäre mit dem Zylinder reingekommen. Abschießen. Wir reden jetzt gar nicht. Alter, Mr. Owens hat irgendwie ihn kaputtgeschlagen. Oh, Peter will nicht mehr. Nee, ich habe jetzt auch scheiß Karten. Peter nervt, dass Jay die ganze Zeit mehr Geld hat. Ich gehe da mit, weil ich gehe nur mit, wenn ich gute Karten habe. Ihr auch. Ah, komm, zwei Cent können mitgehen, ne? Ja, sehe ich auch so. Kann man sich da zumindest mal die Karten angucken. Sehe ich auch so. Ja? Wie ist denn das? Ah, ein großer Sport, ey. Ja, komm, Christian erhöht eh. Ich bin raus. Christian? Ach so. Ah, Jay! Ja, Jay erhöht auch. Christian und Jay die erhöht immer. So. Viel Spaß mit 12 Cent. Kannst du gerne haben. Mega! Mehr als Spieler. Ja, wie sehe ich mich? Das ist belastend. Das ist belastend. Das könnte man aber nicht wissen. Aber das ist trotzdem sehr belastend. Komm Jay, mach mal. Oh, was ist denn da los? Oh. Hat jemand die 5? Oder vielleicht sogar eine 5 und 7? Komm Jay, ein bisschen geh ich mal mit. Mal gucken, der hat wahrscheinlich... Wollen wir das sehen. Oder Assum. Ein paar dreien. Lappen. Siehste? 74 Cent. Easy. War ja das Schiss wegen dem Splash, ey. Geil. Für ein paar Sechsen wäre ich mal drin geblieben, ey. Ja, dann wärst du besser drin geblieben. Ich glaube, ich habe 8 und 2 weggeschmissen. Oh. Ja, aber da ist... Oh, das ist halt eine scheiß Hand. Ja, am Anfang ist das... Weißt du halt vorher nicht. Ja, eben. Deswegen gibt man ja immer mit. Du bist überhaupt nicht immer mitgegangen, du Schwätzer. Ja, da wenn ihr 20 direkt... Das ist Purkan, Chris. Hier wird nur geschwitzt. Hä, wenn ihr 20 direkt am Anfang setzt, geh ich halt nicht direkt mit. Das ist ja dumm. Du bist doch die erste Runde direkt mitgegangen. Ja, aber da waren nicht 20 direkt, sondern erst 4. Doch, 20 direkt. Oder 16. Oder? Oh, das liegt ja nicht. Old MacDonald, die Hände fahren. Alter. Wieso hab ich jetzt einen Moment... Teile like Boobies. Schmeißen wir mal schön weg, ey. Ne, mach mal nicht hier. Teile like Boobies. Teile like Boobies. Ich hab gefühlt irgendwie öfter 7 bis 2 als eine Bildkarte. Aber der höchst du denn jetzt? Ja, ich brauch Boobies, Peter. Gib mir mal Boobies. Boah, Peter war perfekt geworfen. Ja, ich bin ein guter Werfer. Im Spiel. Nicht gut. Komm jetzt, ihr geile Scheiße. Give me that Boobie. Hey. Na, haben wir gut, dass ich da raus bin, ey. Immer ein bisschen. Ach komm. Was ist denn hier los? Was ist denn nach Korven, Sam? Ja, ich hab das. Ich hatte Boobies. Soviel hab ich nicht. Ja, wer kommt denn da rein? Soviel hab ich nicht. Komm weg. Kann ich nicht sehen, der ist hinter mir. Der klaut uns den Alk. Hier ist noch ein Sitz frei, fällt mir auf. Stimmt, da sitzt gar keiner. Mann mit der Melone, wollen sie sich dazu setzen? Nein. Der soll nicht. Der Mann mit der Melone, der sitzt da hinten. Mag Jay sein Mundgeruch nicht. Double Boobies. Ich brauch Double Boobies. Aber die haben keine Nippel. Das ist irgendwie schade. Da sehe ich mich. Gehen wir ab. Nope. Na ja, guckt der Metzger nochmal in seine Tal-Karten. In seine Tasche drauf zu sagen. Ja. Schönen euch mal ein paar schöne Karten, ne? Yes. Schönen wir ab. Ohohohohohohoho. Oooh. Wow. Da geht's ab, ey. Ach, da machst du nix. Ey, wenn nix einer dabei ist, dann sehe ich dich da. Ich denk, ich hatte Doppel-Boobies. Sonst denkt der, ich würde rumblöffen. Ich hatte auch Doppel-Boobies. Na, glaub ich nicht. Na, mit zwei Assen wärst du da glaub ich nicht rausgegangen. Also, sagt ja keiner, dass Bubis Asse sind, also. Ist fast auf jeder Karte Bubis drauf, also. Pass auf Karo. Ja, das ist interessant, was da da mit er liegt. Geil, 4 Cent. Ja, mega. Maximale Einsatz, Yogi. Das ist ja stark. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, ist doch den Buben getroffen, schade. Ja, klar. Ich hab nur ein paar 4. Schade. Ich hätte so viel mehr gerne gesetzt. Was soll das denn? Ich glaub, der die Maximalhöhe von der Runde gewinnt. Neimo, Schleimo. Das hat gekostet. Wie war das jetzt mit immer mitgehen, Peter? Was denn? Nichts, alles gut. Ich hätte das weniger als Jane. Ist die ganze Zeit schon. Na, gerade 2 da, das ist okay. Oh Gott. Ich hätte Christian gerne noch mehr da reingesetzt, ey. Ist echt schade. Jetzt machen wir wieder eine kleine Runde. Okay, dann machen wir eine kleine Runde. Ich steck euch hier schöne Kerzchen auf. Scheiß Karten bitte. Boah, ich hab mal getroffen. Das ist gelogen. Ne, das ist nicht gelogen. Ey, Abraham, wenn du sagst, ne? Dann hast du das in einer Netflix-Doku gesehen. Ja. Ja. Ja, richtig krass getroffen. Deswegen schiebt der auch. Ich hab gesagt, Watt getroffen. Ja. Richtig krass getroffen. Die Mücke? Ja, aber wenn du Watt getroffen hast, sind ja alle Schienen, dann musst du die da rausdrücken. Ja, Quatsch. Die Wahrscheinlichkeit steigt doch, dass wir jetzt die nächste Karte treffen. Okay, hören wir mal auf Christian. Guck mal, was passiert. Dann hast du 16 Cent, glaub ich, gewonnen. Nimm mal 16 Cent. Nimm mir mal 16 Cent. Ja, nimm mir mal 16 Cent. Ach so, Jay ist das. Jay möchte ihm nicht 18 Cent geben. Doch, doch. Keine Ahnung. Doch, doch. Okay. Das ist ja nur Quatsch, was da drin gewesen ist. Cool, wie er sich freut. Ja, gewinnt ist sie gewinnt. Ja, wenn man ja auch müssen, ne? Wie er sich freut. Alter, Handpick geht in 15 Sekunden. Kann man das nicht schneller machen? Aber Christian, wenn du zwei getroffen hast, gehst du ja noch nicht in den Einsatz. Ich glaub, der Rest hat nichts getroffen. Ja, trotzdem nicht. Mit einer Zwei steckere ich nicht in den Einsatz. Bis auf den Buben lag da ja auch nur Quatsch. Und wenn den Buben einer getroffen hätte, hätte er schon vorher erhöht. Egal, wer was getroffen hätte. Weißt du, wenn ich einen neuen getroffen hätte, hätte ich auch nicht geratet. Ja, aber so wie aktuell gespielt wird, sobald was getroffen wird, wird erhöht. Blam spricht mit gespaltener Zunge. Ach Gott, was ist das denn? Sehe ich auch so. Bram, der will sich nur die kleinen Pötte kaufen hier. Ja, reicht ja aktuell ein Spider zu sein. Ja, das stimmt. Ja, haben die Leute nie was, ey. Guck mal, was liegt denn der Metzger da vorne? Wieso bin ich denn der Metzger? Guck dich mal an. Ach, so ein 4 ist jetzt nicht schlecht, ne? Ja. Oder? So viel Straße. Ja. Ach so ein 4 ist jetzt nicht schlecht. Gut, wenn man auf der Hand hat. Lop. Lop. Irgendwie hat Sepp viel mehr Chips geschmissen, als ich. Ja, das stimmt. An Jay nochmal. Oh, das könnte ne interessante Runde werden. Oh, hey. Ja, da seh ich mich doch. What? Ja, Sepp hasse was oder nicht? Jetzt wird hier rumgeblufft, ey. Ey, ich bin auf jeden Fall dabei. Hahaha, jetzt wird's richtig witzig. Oh, Jay. Ja, ich bin drin. Ja, ich bin drin. Ja, schade Sepp, ne? Ja, da kommt ja noch was. Oh mein Gott. Was ist das denn, Sepp? Bisher Splitspot. Mhhh. Cooler Haus. Easy Game. Ah, Mann, ey. Guck mal, haben wir den Sepp ausgezogen, Ramm. Nice. Ja. Wie lacker wir sind, dass wir wirklich auch 5 beide haben. The fuck einfach nur. Er ist okay. Miesen Schweine, ey. Wieso miesen Schweine? Ich hab doch nicht abgespürt. Du bist halt mitgegangen. Ja. Ah, mit 2 Assen. Mit 2 Assen. Mit 2 Assen? Weiß nicht. Schwierig. Das liegt da 3, 2, 3. Du bist mit 2 Assen. Du verlierst es echt, Peter. Ja, aber bei 2, 3 hätt ich schon Schiss gehabt bei dem, was da geboten wird. Gerade da wir eh alles immer mitgehen. Weil keiner vorher irgendwas rausdrückt. Ah, heute wirklich die besten Karten. Ach, Peter. Ja, ja, Peter. Ich glaub, das liegt am Skill. Ach komm, 2 Assen geben wir mit, wa? Ich muss mitzählen, Peter. Die Karten. Mitzählen? Ja. 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 Alles klar. Ich hab mir gerade noch gedacht, weißt du jetzt... Ja, da seh ich mich doch. Komm schon. Ich muss jetzt ja wieder ein bisschen Geld reinbringen hier in die Kasse. Ich hab wieder Crap-Karten weggeschmissen. Mal gucken, was kommt da? Okay. Dickes Uff. Oh, meine Dame 6. Das ist doch schön. Stopp. Ah, die ändert alles die Karte. Ja, die 3. Jetzt! Jetzt hat einer ein Drillings... Jetzt hab ich 2 Pärchen. Das ist okay Ich hab ichillacht Gefühl, das hat Seb gleich wieder blutet. Ja, weiß ich nicht. Guck mal mal. Mal gucken. Mega witzig, wenn er jetzt... Okay Wenn Seb gewinnt, dann äh... motsormaute aus psychologically. Ja. Jay, komm, steig aus. Komm, steig aus. Du hast bisher geblufft. Du kannst doch rausgehen. Hattest du nix? Doch, doch, ich hatte was, aber ich glaube, Zeph hat die... Zeph hat die Bilder getroffen. Nee. Ich hab gar nichts getroffen. Glaube ich dir nicht. Ich hab was gehabt. Okay, ich bin big blind. Gib mir the money. Enter. Enter. Nix da, enter. Jetzt sind wir wieder dabei. Dabei, dabei. Enter. Aha. Baa. Baa. Ah, was wird denn jetzt hier erhöht, bevor ich die ersten drei Karten sehe? Was ist das für ne Scheiße? Geh mir nicht umsonst, Peter. Ja, wirklich. Bitte was? Ja. Gönnt euch mal. Ich hab grad die letzte Runde schon mitgespielt hier. Nee. Wer macht das? Also, spielen. Da ist eh schon drin. Hättest du eh nur einen Dollar kriegen pro Person. Ja, dann mach's schon was aus. Ja, dann mach's schon was aus. Ist ja 14 Dollar irgendwas. Oh, wär ich mal drin geblieben. Ob du mit den Karten nicht drin geblieben wärst, wenn du getroffen hättest. Ja, eben. Du hast Bilder aufgehangen? Ja, so'n Labersack. Schmeißt die dann weg? Ja, ohne Scheiß. Ja, wobei, vielleicht hast du ja noch ne 3 oder so. Nee, dann lass ich mich lieber rausnehmen. Das ist natürlich auch scheiße. Gucken wir uns nochmal an hier. Ach komm, leck mich doch. Immer noch keine Straße. Da fehlt nur noch einer. Fehlt auch gerade. Gerade, schade. Ach komm, ey. Guck mal, so'n Dollar 16 gewonnen ist doch schön. Ja, ist doch schön. Ich hätt gern noch mehr gewonnen. Wobei ich kurz Angst wegen der Straße hatte. Ja, darauf hab ich gesetzt. Aber ich hatte 3 Könige, die konnte ich nicht wegschmeißen. Naja, aber davon wollte ich dann aber nicht mehr bezahlen. Oh, 3 Könige sind natürlich ne Ansage. 3 Könige auf der Hand. Zwei hatte ich auch vorhanden. Einer nach der Hand. Der schieb ja. Geht da lang auch noch ein, ne? 5 Könige. 5 Könige. Gibt doch nur 4, was. Das sind ja 2 Kartenspiele, Braben. Ich hab 5 Asse. Warte, wie soll der denn jetzt hier auf... Ne, nicht auf Tastatur wechseln. Warte mal, ich muss 4 bezahlen. Boah. Das ist ja belastend, ey. Armer. Komm, mach mal bitte, du 4. Wieso legt der jetzt einen blauen dahin? Was ist denn da? Bei mir ist das ein grüner. Da liegt ein roter, ein grüner und blauer. Ach komm, ey. Ach komm, sonst geh ich. F, 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 F. Irgendein Idiot findet sich immer. Boah. 7 und 3 gehen die mit. Die hatte 7 und 5, aber die waren immerhin suited. Ah, gut. Du bist dann suited. Ja. 7 und 5. Das ist natürlich jetzt bitter. Die... Ja, das weißt du ja vorher nicht. Ähm. Wenn du 2 Kreuz auf der Hand hast, zum Beispiel. Boah, Alter. Dann mach ich den mal nachher schieben. Wenn wir mal... Dann hast du zumindest noch die Flaschchance. Ma, die Bluffdrillinge da rechts vor mir, ey. Ah, jetzt... Sepp, du hast nichts. Ja, komm. Ja, komm. Ja, geht doch mal einfach mit. Weißt du, Christian hat die andere 5, Alter. Wer weiß. Umso wertvoller ist die 2. Oder die 4. Wer hatte die erste 5, meintest du, Bram? Christian hat doch 7 und 5 gehabt, hat er gesagt. Ja, und wer hat die 4. 5? Ja, keine Ahnung, aber Sepp nicht. Ich. Aber nicht Sepp. Ich hab 2 5 weggeschmissen. Das wäre ein Feeling gewesen, so ein Scheiß, Alter. Guck mal, wie lange der Junge schon überlegt, Peter. Weißt du, Alter, der hat gar nichts. Der hat nicht mehr Socken hat, der Junge. Der blüfft sich da durch. Dann gehen wir hier nochmal mit. Ja, ist der Richter. Ja, gut. Dann gehen wir dann halt noch mit. Ist ja easy, weißt du. Ja, ist der Richter. Alter Leute, ey. Nein, mein Gott. 1,80. Nein, nein, die gebe ich dir nicht. Jo, da kommt ein Ass. Oh, shit. Das ist nicht gut. Du brauchst nur eine 3. Das ist nicht gut. Ich hatte eine 3. 3, 3, 3. Fuck. Guck mal, das steht auch. Nein. Ich bin mal mit, Junge. Als ob du die 3 hast, ey. Alles, es geht. Okay, what the fuck. So, bitteschön. 2 Paare, Ass und 5. Okay, der hat ein Ass getroffen. Oh, wir sind alles so im Blödhaus. So blödhausen, ey. So blödhausen, ey. So blödhausen. Und Peter hatte... Oh, zwei Buben auf der Hand. Zwei Buben. Oh, ja. Auch stark. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das stimmt. Und wenn die 3. Aber dann bram auf dem letzten Karte doch dann... Das Spiel ist einfach gegen mich. Ich geh jetzt alles mit. Wie einfach Sepp bei Bube 2 da direkt nur Scheiße reindrückt. Ich wusste, dass du nicht die... Ja. Ich wusste, dass du nicht die... Ich wusste, dass du nicht die 5 hast, du Schlingel, ey. Unfassbar, ey. Hab ich auch nie gesagt. Ich hab nur gehofft, dass ihr nicht so gute Karten habt und dann rausgeht. Hatte ich auch nicht. Ich hatte 10 Ass, 10 Suites. Ja, ey. Ich hatte gute Karten. Ja, Peter hatte tatsächlich gute Karten. Aber bei den 2,5... Ja, aber der kommt dann Ass, Peter, ne? Da machst du nix. Da machst du auch nix. Oh, Scheiße. Ja, ich will ich erhöhen. Na, egal. Da bring ich mal einen lilanen aus, was weiße. Der ist grün. Da liegen drei Grüne. Bei mir ist der... Der war jetzt rot. Drei Grüne und Rode. Vier Grüne und Rode. Zwei Rote, zwei Grüne und ein Lila. Scheiße. Alles klar. Gib mir die 4. Okay, dann nicht. Ah, sieh, Alter. Belastend. Ja, dann sind wir dabei. Geht ihr mal alle mit, ey, mit meinem Schmutz. Ey, Peter, was war denn los mit hier? Ich geh alles mit. Zwei rausgebilden. Weil es ist daraus so schnell geworden. Nicht, nicht bei der Kacke, Alter. Guck dir das an, ey, Gott sei Dank. Ach du Schande, ey. Gut, dass wir rausgegangen sind, Peter. Geh alles mit, außer ich find die Kartenkacke, Christian. Hast du das nicht gehört? Das hab ich vielleicht ein bisschen leise gesagt. Alter, er geht direkt auf 60. Maximaler Einsatz. Hä, wenn man nicht getroffen hat, geht man raus, ne? Ja. Vorher erst mal Fett erhöhen. Oh, der hat die Dame getroffen. Oh, komm ey! Und der kriegt die 7. Oh, what? Ja! Nein! Oh, ist das Bullshit. Voll aus. Was ist das ärgerlich. Hast du ein Jahr geschrien? Ja, wenn er dein Ass getroffen hat. Weil ich mich über das Ass gefreut hab. Weil er selber ein Ass hat. Ja, aber selbst dann hat's doch... Jaaa! Mein Gott! Merk mal, der ist so schnell. Ach so. Ach kacke, ey. Okay. Ich find halt gut, dass er sich verfreut hat. Verlastend. Setzen wir erstmal schön grün. Zwei grünen, ja. Oh, jetzt fängt dann zu regnen. Oh, die Leute wieder. Nicht schön. Da war das Peter eigentlich ein Chinese. Der sieht auch so aus, als hätte er schon mal ein paar auf die Schnauze gekriegt. Ja, wirklich. Beides. Okay. Jaaa. Jaaa. Peter zahlt einfach... Peter zahlt einfach jede Runde 4 Cent. Nee. Das ist nicht mehr mit. Na komm, Christian. Haust du die 20 direkt wieder raus? Ach, Quatsch. Was, Quatsch? Ich hau erstmal ein Lila an da hin. Ach, kacke, ey! Dann können wir mal eine willige Runde machen, jetzt wo der nicht dabei ist. Nein, denn ich hab noch 2 und 8. Oh, Mann! Oh, das ist ja gut zu wissen. Die 8 ist schon mal raus. Das ist sehr gut zu wissen. Das ist ärgerlich. Oh, ey! In so einer Billow-Runde, ey. Ich find, wenn Jay raus ist, dann kann man auch mal schieben. Also, wenn die 8 raus ist, dann können wir setzen. Das ist esig. Komm, ey, du hast doch die scheiß 8 nicht, oder? Ne, die 8 hab ich auch nicht. Aber ich glaub, auch keiner von euch hat die andere 8. 20 Cent mehr, der Bram jetzt. Ne 9 reicht doch schon hier fast. Nehm ich die. Kacke! Ne 16, hä? Egal, ich hätte da eh nix rausholen können. Weil hier nix getroffen hätte. Mach ficken, ey. Kapottgestohlener. Ja, musst du nicht arrangern. Der konntest nicht wissen. Ja, ist halt auch so. Guck mal den Chinesen. Aber ich weiß, die haben dann gedacht, so, ja, Bram kommt gleich noch ran, dann heißt der erhöht eh noch der Affe. Ne. Muss ja nicht immer. Hat der nix auf der Hand. Ja, ja. Ich hatte keine Ahnung. Dann ist der hier scheißegal. Gute dich. Das stimmt. Ich hab auch gar 4 Cent bezahlt. Das ist ganz wichtig. Na ja, 4 Cent da seh ich mich jetzt auch wieder. Jetzt können wir auch wieder erhöhen. Da müssen wir jetzt erhöhen. Da müssen wir jetzt erhöhen. Moin, ey. Oh. Ja. Hätte ich mal einer, der weiß wie man Poker spielt. Ah. Irgendwie bei der Runde kein gutes Gefühl. Boah, Peter geht mit. Alter, was ist jetzt passiert? Oh mein Gott. Raus. Direkt raus. Peter hat was. Peter hat drei Asse im Ärmel, ey. Boah, was liegt da denn für eine Scheiße, Alter? 4, 5, 9. What? Ach komm, Christian. Ja komm, meistens 16 gehen wir noch mit. Ach, ist mir jetzt auch alles egal. Ja genau. Peter, ist das nicht so gut für dich? Kein Kreuz. Kein Kreuz. Guck mal, ihr habt da irgendeiner hat Doppelkreuz erwartet. Ja. Wir versuchen damit zu gehen. Peter wahrscheinlich. Irgendwer hat ne 9. Irgendwer hat ne 9. Peter, wie unwahrscheinlich ist das, dass ich die 4 getroffen hab? Oh, Peter geht raus. Oh, klar, schade. Peter war da zu teuer noch auf ein Kreuz zu hoffen. Und jetzt ärgert er sich, weil jetzt Kreuz... Er hatte kein Kreuz. Er hatte König... Ah, Kreuzdame. Jetzt schiebst du... Ach komm, Alter. Ja, weil Bram eigentlich nix hat. War leider nicht getroffen. Ich hab jetzt gerade das Flasch gekriegt, ey. Das war exakt wie Jay gesagt hat. Ich hab auf den Flasch gehofft. Irgendeiner hofft auf den Flasch. War so klar. War ja auch nicht viel schlecht. Ne, Flasch... Ne. Das Haus kassiert 8? Ja, die ganze Zeit schon kassiert das Haus. Jedes Mal? Peter, unter 2 Dollar. Ja. Ja, schlimm. Ich geh jetzt... Alles mit. Aber nur, wenn du ein gutes Blatt hast, Peter. Ach du Scheiße. Was hast du denn für'n Schmutz? Ich hab' meine Karten noch nicht mal gesehen. Kann ich automatisch... Iben passen, passen schieben. Warte, bleib' ne Minuten bevor du wegen... Äh, äh, warte? Wenn ich erhöhe, dann kann ich ja nur verdor... Also geh' ich nur auf 28? Wie kann man das denn erklären? Ja, ist ja gut. Mein Gott, spiel ey, chill' mal. Gebt keine Ruhe beim Poker. Na komm, dann spiel' wir das mit, das Spiel. Ja, ähm... Also... Na, ich halt mich jetzt hier in meine Regel. Jetzt finde ich euch richtig. Oh, oh. Das ist gut, dass ich rausgegangen bin. Da liegt doch ein kleiner Pott. Komm, gib mir was Gutes. Komm, gib mir was richtig Gutes. Das war richtig Gutes. Das war richtig Gutes. Oh, Doppel-Ass. Krass. Oh. Oh, da ist nur so ein Ass drin von Bram. Booba als höchste Karte, ey. Fuck. Oh. Oh. Ärgerlich. Das ist aber schlecht. Das heißt selbst, du kannst die kleinen Dinger nicht mehr einschätzen und machen. Okay, wer will Peter ausziehen? Na komm, vier geh' ich mit. Oh, guck mal, da liegen da zwei Lieder und ein Grüne und ein Roter. Da liegen zwei Grüne und ein Roter und ein Lieder. Na, what the fuck? Easy. Steht das Spiel nicht. Der überlegt wieder. 24. Mein Gott. Das ist ein Viertel von Peter aus gesamter Kohle. Das ist ja nicht mehr. Kann man ja mal ausziehen. Oh, alle gehen mit, Junge. Jetzt müssen wir hier hin. Wollen sie plötzlich doch wieder alle mitmachen? Was ist das denn? Jetzt wird super, komm schon! Ich hab doch vorher bin ich auch nur mitgegangen. Ha, stark. Du gehst mal mit. Peter nimmt immer noch drauf. Ah, wieder hier richtiges Po-Kahn. Na, wer hat die, wer will, wer denkt, der kriegt den? König 6 ist raus, ey. Ich bin auch sowas von nicht dabei. Ja, sehe ich mich. 3 Cent hat weder noch. Ja, ich hab ein C getroffen. Die hab ich auch getroffen. Aber du hast ne bessere Karte. Scheiße. Da kommt bestimmt noch ein Pick, oder? Oh. Komm schon. Nein. Als ob wir jetzt Splitport haben. Ja, aber Peter, beschwere ich noch nicht. Damit hast du 66 Cent gewonnen. Ja, weil meine bessere Karte nicht zählt. Weil die besseren Karten da liegen. Ah, lol, 10 und 9. Ist doch geil, Peter, war doch gut. Gute Runde. Ja, okay, ich hätte aber lieber alles gewonnen. Du musst nur mehr als vorher. Das stimmt. Ey, meine Technik geht auf. Peter auch. Ist gut gemacht, Peter. Da werden wieder die Roten gesetzt. Ich hab das Gefühl, dass die Musik sich gar nicht so sehr wiederholt. Ich meine, das... Die Melodie hab ich nicht gehört. Ich glaub, das sind drei Lieder, die hintereinander gespielt werden. Ne, glaub ich nicht. Old MacDonald TV hab ich eben nur einmal gehört. Naja, hab ich schon zweimal mal nicht gehört. Ah, okay. Ich weiß gar nicht viel. Aber wer hat denn hier schon die Karten voll gewichst, ey? Ist das ekelhaft. Ich dachte, wir dürfen hier nicht trinken am Tisch. Wollen wir eine kleine Runde machen? Kleinruhen? Ja. 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 Nein. Das ist so klar. Da seh ich mich, Christian. Weißt du, ein ordentliches Poker, aber wir gehen erst ab 25 Cent an den Versuch. Ja, seh ich auch so. Ah, geh ich mit. Da seh ich mich. Oh, Peter. Krass. Ich hätte gedacht, ich kann Peter rausdrücken. Schade. Nee. Ich hab jetzt meine Regel, Christian. Da werd ich nicht mehr von abweichen. Oh, shit. Ich sollte ehrlich sagen einiges, ey. Ah, schieben wir erst mal. Ja, Peter, wir schieben, ne? Ja. 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 Guck mal. Jay hatte mit Ass und Buben. Dann geh ich doch nicht raus. Ja. Das ist stark. Ich hatte 2,4 noch bei der Hand. Du hast ein Pärchen am Anfang gehabt und bist direkt rausgegangen. Hm? Du hast ein 4er Pärchen auf der Hand. Hm. Das ist auch frech. Ah. Ah, guck mal. Mal fassen, ne? Ja, niemand war am Tisch. Jetzt geht jeder mit allem rein. Jetzt! Ah, jetzt aber! Oh, Schmerz! Loil! Ah, schieben wir doch mal. Haha. Sam, jetzt mach keine Scheiße. Ja, sei cool. Ja, ich bin nicht cool. Alter, ich hasse dich. Er hat zu wenig gesetzt, um was zu haben. Ist mir egal, ich hab meine Regeln von Blitzen machen. 3x20 reichen ja. Sam ist uncool. Euch gönnert Peter, glaube ich. Peter, hast du denn irgendwas? Okay, dann geh ich auch mit. Hahahaha. So, jetzt wär ich rausgegangen. Ja, ist fair. Er hat nix. Also ab 7 oder 6. Dann bin ich ja sogar besser. Oh, klar. Dann heißt ich, gewinn mit der Dame. Lach. Ha, 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 ha. Nein. Da hättest du welch mal drin geblieben, ich hatte einen König auf der Hand. Nice. Sepp blöfft sich hier nur durch. Hat nicht mal was. und erhöht trotzdem der Penner. Ja, als ob der plötzlich den 3 hat. Ja, zum rausheilen Ehren, Mann, ey. War da zu wenig. Wollte mal ein bisschen Spaß in die Runde bringen, hier alle mal checken, das ist doch voll lameo. Wir haben uns alle in die Augen geguckt und wussten, was diese Runde jetzt ist. Guck mal, draus schon wieder Helge war. Das ist ja gewinnt. Das wusste ich nicht, ich habe ja nichts getroffen. Ich dachte, ich hatte zumindest einer so eine Billo-Karte getroffen. Dachte ich halt auch. Aber da Jay ja schon 2-4 weggeschmissen hatte. Ja, stimmt. Natürlich. Der Schmutz ist mir nicht mal 2 Cent wert. Was? Jay hat nur einen kleinen gesetzt. Okay, machen wir mal eine kleine Runde. Machen wir mal einen kleinen, man muss aber mal einen kleinen setzen. Jay darf eine kleine Runde spielen. Ja, ist erstaunlich. Na, los. Ja, in der kleinen Runde warte aber jetzt. Ja, sehe ich auch so, Bram. Das warte ich jetzt, ja. Wieder bei. Peter, geht da immer mit? Jawoll. Peter, schade für mich. Ah, ja, gemacht. Sehr gut. Das ist belastend. Ja, dann gehen wir mit. Letzte Runde für Peter. Ich fürchte mich auch. Jepf, ich fürchte auch. Ja, 2-10. Das ist ganz gut. Moment. Guck mal, hier. Machen wir den Pott voll. Ach, mehr geht nicht mehr, ne? Kann denn jetzt jemand nochmal erspielen? Boah, reicht mir. Peter, hast du denn schon was? Ja, guck mal mal. Ne, da waren doch die 8. Sei es. Denk dann aber, 6, 7, 8, 9, 10. Jawoll. Paar 9. Paar 9, reicht aber nicht. Das Gute ist, Jay, ich hab den Buben. Also wenn die 8 kommt. Buben als höchste Karte. Da kommt ja noch eine Karte. Ja, aber oh Gott, da liegt schon eine Straße. Oh Gott. Ach, scheiße, dann hat Jay auch den Buben. Ach, dammit. Ja, und ich hatte da aber die 7 getroffen. Geilo. Na, ein bisschen Gamble. Guck mal, jetzt wirst du keine Karte. Gewinnt er die Runde bei 7, 9 und 10 im... Was ist das hier, Flop? River? Ja. Flop, Turn, River. Ah. Mann, lag der sich da durch, der Lenzen, ey. Ja, aber gut gespielt. Ich zeig dir jetzt, Bram, was man mit 28 Cent nur regeln kann. Alles klar, ich bin sehr gespannt drauf, wieder in der letzte Runde zu spielen. Ey, Peter, ich bin dabei. Komm, ich finanziere dich auch. Echt, spielen wir jetzt quasi offen. Also einfach 28 sitzen mit Peter All-In ist und dann ist gut. Ja, finde ich gut. Dabei. Wegen Untätigkeit rausgeworfen werden. Ich... Ich deal doch hier gerade. Ah, schön. Jo, Peter ist All-In. Ah, der wird bestimmt dann mitgehen, oder? Ja, sehr. Wenn, dann spielen wir schon echt mal geil. Alter, du sollst doch einfach nur Peter All-In sind. Oh Mann, ey, dann nicht. Ja, nee, dann nicht. Also einen Ass habe ich gerade weggeschmissen. Einfach aus Protest. Ja, nee. Aber ein anderer Ass weggeschmissen. So ein Affe, tut mir schrecklich leid für dich. Aber Jay, mach das hier kaputt. Darfst du besetzen für alle 28? Alles gut. Ich auch. Halt rein! Vom 7 und 9. Oder Kreuz. 7 oder 9. Da ist die 9. 2 Cent. Jawoo! Du machst das! Ach, ist das belastend, ey! Ja, zu Recht, ey. Nein, setz dich gleich wieder an eine 1. Wer macht da nichts? Wer macht da drüber? Jetzt sind es 60. Auskassiert 2 Cent. Find ich gut. Guck mal, Bram, das kann man mit 28 Cent alles machen. Kann man auf 60 Cent töten. Hat natürlich jetzt so ein Trollplay von Jay dabei. Hast du natürlich die Karten gespielt. Ja, nicht unbedingt. Wenn ihr alle mitgehen würdet, dann würde ich gewinnen. Dann würde ich Cash machen. Das war kein Trollplay hier. 2-3 hier. Muss ich ja. Starke Karte. 2-3. Starke Karte. Mega. Deine starke Hand, ne? Würde man auf jeden Fall direkt schon alles setzen. Ich bin 1 gegen 1. Das ist eine Doppel-3. Alter, gar nicht so schlecht. Hab ich schon Geld da reingeworfen? Ne, ne? Ja, sehr gut. Das ist mir nicht mal Kohle wert, ey. Ja. Ja. Das ist richtig dramatisch. Das ist jetzt auch eine wichtige Runde hier. Ja. Okay, wir haben eine andere Mucke. Bei mir ist gerade gar keine Musik. Der hat gerade aufgehört. Ah, McBluffy's Sack ist wieder am Spiel hier. Bluffy's Bluffy's Sack. Guck mal, hat für Jay schon gereicht, ey. Schade. Wann soll ich denn damit mitgehen? Ich hab ja nichts getroffen. Die drei Peder. Ich hab ja auch nichts getroffen, hast du gesagt. Alter, all in. Oh, Peter, da tut mir leid. Ich bin nicht dran. Ich muss sich jetzt leider aufziehen. Ja, jetzt 4 und 5 hast fast nicht. Setzt 32 Cent nur. Du musst dich leider aufziehen. Nein, nicht 36. Ja doch, hier. Ich bin ja nicht hier. Ich bin ja keine Ahnung. Geht doch, Peter, danach all in. Wir haben König. Wir haben König. Wir haben König. Und? Eine Dame. Nice, nice. Oh ne. Und die 4. Oh Gott. Alter, das ist so ein Witz. Das Spiel hat auch diesmal einfach keinen Spaß gemacht, muss man sagen. Peter, das war einfach Pech einfach. Oh, was war das denn jetzt? Peter war auf jeden Fall schlechter als der jetzt. Das war belastend. Hat da nichts mit Glück zu tun. Aber Peter, du musst mir auch mal Mühe geben. Nice game, ey. Kannst du mal wieder aufstehen und gehen? Ja, wirklich. Ich bin einfach auf einmal beenden und jetzt kannst du mal gehen. Mach schon mal Reaktion rein. Nee, ich mein vom Tisch. Ich dachte immer, man steht halt auf, wenn man all in ist. Dann bist du weg, dann siehst du uns nicht mehr. Ja, das stimmt. Ja, ich hab aber auch verlassen geklebt. Oh nein. Jetzt bin ich weg. Peter, stehst du denn da neben uns? Kannst du uns sehen? Oh, da steht er auch. Oh, tschau, Peter. Wer ist da weggegangen? Bei mir ist der Pokertisch leer. Naja, du bist auch rausgegangen. Jetzt war einfach kein Bock, Bär. Oh nein, Hitler. Achso, ja, Entschuldigung. Die Zeit wird knapp. Wollen wir da. So, jetzt können wir unter Männern spielen. Jetzt ist die Frau weg vom Tisch. 20. Ja, komm, 20. Unter 20 ist ja kein Poker. Das sind 24. Hast du mal ein Lila eingesetzt. So, und jetzt gönn mir. Führ mich zum Schotter. Au. Duos Karos. Mann, ist das bad, Alter. Mann, ist das bad. Das ist doch so traurig. Oh, was? Was ich vorher schon mal erhöht hab. Drecksrunde. Boah, ist das traurig gewesen. Richtige Drecksrunde. Das macht sich richtig die Taschen voll. Er hatte echt Angst, dass er den König getroffen hat. Ja. Fast. Aber in so einer Situation kann man ja nicht auf die Straße hoffen. Das ist ja Wahnsinn. Ach, sicher kann man nicht. Nee, nee. Äh, nicht auf die Straße, auf dem Flaschen. Entschuldigung. Ui. Mann. Das ist ja. Boah, Alter. Wir gehen mal mit. Unter 20 ist kein richtiges Poker, sagte mal ein weiser Philosoph. Das ist korrekt. Aber die Runde können wir auf keinen Fall spielen. Ja. Ja, Jay, das sehe ich mir auch. Ja, eine sehr, sehr weise Entscheidung. Ja, das hätte ich wahrscheinlich bei jeder Kombination gesagt, die da liegt. Außer 3-7. Ich wollte gerade sagen. Was ist denn gewesen, wenn die Karten gekommen sind, wenn die Hörte ist? Ja, 3-7 wäre geil gewesen. Der blöpft sich doch hier einen, einen hinteren Mond. Ah, und Jay zieht jetzt. Aber hinter den Mond. Ich wollte einfach mal die Karten sehen. Ja, da wird geschoben, wenn man nix hat. Ne, weil ich weiß, dass Jay dann auf jeden Fall maximal einen Einsatz setzt. Aber Jay zieht die ganze Zeit. Okay. Was hat der denn so Schönes? Ach, der kriegt natürlich wieder die Dame, Alter. Der ist so ein Lacker. Ja. Ja. Man muss einfach nur sagen, ich gehe nicht und dann geht Jay auf jeden Fall. Ja! Nein! Ach komm ey! Mhhh! Mhhh! Wieso schreist du so? Ja, Jay hätte sich gefreut über die 3. Das ist natürlich bitter, wenn das nix ist. Wie kann man nur so viel Glück haben? Wieso hat er sich jetzt über die 3 gefreut? Das habe ich nicht mehr verstanden. Weil der die auch getroffen hat. Ja, weil er da noch ein Pferdchen hätte. Aber die Doppelneuen, die da lag... Wären die zwei Neunen da nicht gewesen, Jay? Schade. Ja, das ist einfach nur Unglück. Das ist Unglück. Die Dame? Die Neun? Du spielst aber auch wie so ein Affe, ey. Jetzt offene Messer? Du hast ja die Dame noch gar nicht gehabt, Alter. Habe ich doch voll getroffen, ja? Ohne Scheiß! Lass dich nicht fertig machen, Jay. Ja, nervt, ey. Ich meine, man hat Pech. Ich weiß, warum ich gecheckt habe, damit du erhöhst. Auf jeden Fall mitgehst. Ja, aber du musst doch dann, wenn du checkst und er erhöht, musst du doch auch noch mitgehen, damit es weitergeht. Ja, Sepp versteht Poker nicht. Ja, ja. Der Typ hat 1,16 Euro. Sepp versteht Poker nicht. Oha. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was da jetzt kommt. Ah, jetzt höre ich wieder Old MacDonald Head of Farm. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein König und eine 2 und gleich mal. Jetzt ist Jay angefickt. Nice. Ja, Jay ist angefickt. Der geht jetzt all in. Und dann Rage, der gleich dann weg. Guck mal hier. Oh, Jay passt. Jay, was, wie sprichst du? Das ist ein großer Buch. Das ist doch Quatsch. Gehen wir uns halt angucken. Gucken wir uns noch eine an? Ja, komm, wir gucken uns noch eine Karte an für 40. Scheiße, hab ich erst gesehen, hat Christian noch mal erhöht an der 2. Ich wollte gerade sagen, also für einmal angucken ist das schon gut. Ja, ich dachte gerade, für 20 guckst du mal an und dann habe ich erst gesehen beim Schmeißen. Das ist ja eine tolle Karte. Aber ärgerlich, ob der Pick gekommen ist. Das ist jetzt aber sehr belastend. Schieben wir noch mal. Ja, schieben wir mal. Christian macht das. Wie schieben? Stimmt mit euch nicht. Nee, die spielen aber komplett A und G. Meinst du? Dann kommen wir so für 30, gucken wir uns noch mal eine Karte an. Vielleicht haben wir Glück. What the fuck? Ich bin da auch bei. Wir haben so viel Geld, da können wir ja mal gehen. Komm schon, komm schon, Baby. Komm schon. Alles dann belastend. Alles jetzt. Das schieben wir noch. Ja, sah ja. 2 und 10er Pärchen hat. Und ein König aus Highcard. 26 kannst du jetzt auch gehen, Bram. Ja, komm, die 26 können wir jetzt auch gehen. Vielleicht gewinnen wir ja. Also, da bin ich ja mit dabei. Also, komm hier. Show me your Cards. Jetzt können wir die gehen. 13? Ach, als ob. Ja gut, 13 habe ich nicht. 9 und 7? Echt jetzt? Ja, ich habe auf die Straße gehauen. Das ist auch gar nichts einfach. Das ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Ich habe schon König und 2. Und dann hat der den 9 und den Ass. Das ist so klar. Du musst ja auch nichts sagen. Du gehst, du bezahlst einfach die ganze Zeit. Wie blöd. Das ist unfassbar. Weißt du? Wenn der den Ass gekriegt hätte oder so. Hab ich an die gesagt, dass ich was hab und haut nochmal 40 rein. Ja, Bram und ich habe genau das gleiche gespielt. Über mich wird sich aufgeregt von Jay und über Bram. Ja, weil ich gegen dich verloren habe. Ja, du bist halt auch eine Wurst. Ich hab einfach auf die Straße gehofft. Oh ey. Wie kannst du halt auch nicht rausholen. Mit irgendwelchen Karten. Ich finde das nice. Ich finde das nice. Alles erreicht heute schon. Wir haben jetzt mal eine gute Runde. Was muss ich hier machen? Ah ja. A 4 können wir setzen. Von daher geht jetzt eh Tilt all in. Was auch ich sagen. Ich hab dich überlegt. Ich hab dich überlegt. Ich hab dich überlegt. Ich hab dich überlegt. Zack hier. Natürlich ist der dabei. Glaube ich auch. Oh, Chris hat so mittelgute Karten. Ah, Chris hat ein bisschen wenig. Schön die 8 und die 5 weggeschmissen. Gute Entscheidung. Ah. 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 Cheap. Ah. Wie viel muss ich setzen, damit die Straße kommt? Ah. 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 Das sieht auch irgendwie ein bisschen angefangen gerade aus. Alter, jetzt schiebst du. Du hast gerade erhöht und jetzt schiebst du. Oh mein Gott. Es scheint sich bei euch ganz schön emotional zu entwickeln, was da passiert. Ja. Ich weiß nicht, was der da macht. Ey. Jetzt waren wir beim richtigen Männerpoke. Alter. Ach, der hat die Dame getroffen. Okay. Oh Mann, der hat die Könige. Wirklich? Gut, dass ich mit meiner 7 rausgegangen bin. Ey. Ich hab halt schon gedacht, dass das... Was hast du denn dann am Anfang so lange gezögert, du Sau? Weil der wahrscheinlich am Rädchen gedreht hat, das ging nicht schnell genug. Den Betracht nach oben zu drehen. Hast du gezögert? Wait, was für ein Rädchen? Ach so, ich bin mit dem Maus, dann musst du mit dem Mausrad den Einsatz hochmachen. Ach so. Leute, du musst die ganze Zeit zu trocken aus. Dann musst du einfach runterdrehen. Okay. Dann dauert das schon ein bisschen, bis du so auf 50 bist. Du musst die Raster ausmachen bei der Maus. Die einen Raster. Nee. Dann kannst du einfach einmal so drehen lassen. Damit kann man ja verzögern. Ach. 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 So, damit kann man ja verzögern. Ja, Christian hat damit gerade mich gebatet. Also ich hätte nicht gedacht, er hätte ihn können. Boah, Alter nein. Leck mich am Arsch, Alter. Puh. 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 Das ist ja hier. Das ist ja für vier, gucken wir uns dann mal an. Also vier sind wir auch dabei. So, dann guck mal, Jay jetzt macht. Oh. Der geht natürlich hoch. Natürlich. Du musst ja ein bisschen Geld haben von euch. Puh. Das kann man sich dann aber auch angucken. Der erhöht sogar noch. Ah, guck mal. Ihr macht das, ihr beiden. Ja, dann gehe ich all in. Okay. Der kann man... Ich hab schon starke Karten. Ich bin gespannt. Das wird sehr stark. So, jetzt gucken wir mal, was Bram da hat. Sechste Rube, immerhin Kreuz. Ich hatte auch Rube, ey. Nein, komm bitte. Schöne, schlecht. Schöne, schlecht. Ja. Wann hab ich weggeschmissen? Vier und zwei, glaub ich. Und auch Pick! Äh, Kreuz! Kreuz. Oh! Ja! Endlich mal. Aber. Ich weiß nicht, wenn Jay jetzt schon rausfliegt. Peter, ich wünsche dir viel Spaß bei, was weiß ich. Pete, Pete kocht oder so. Das Spiel dauert nur drei Tage. Ne, wir haben noch ein paar andere Dinge aufzunehmen. Sepp und Bram sind beide bei fünf Dollar und Jay ist wieder auf zwei Dollar hoch. Das ist immer richtiges Poker-Hash-Spiel. Ja, ist okay. Jetzt ist Schluss mit dem random shit, ja? Ja, ist immer, immer randomer. Muss unpredictable sein. Unter 20 geht ja eh nix. Ist das nice? Oder gar nix. Komm, dann gehen wir mal mit. Gucken wir uns das mal an. Wie auch so, Bram. Wie auch so, Bram. Wie auch so, Bram. Komm, eh. 7, 9, 20. Hm. Okay, nicht ganz. Ja, puh. Puh, da steigen wir mal aus. Einmal rum denn. Ich wünsche euch viel Spaß mit den 20. Ja, warum denn nicht? Geh mit hier. Du hast nix. Du hast gekauft, dass ich mitgehe. Sepp, pass auf. Sepp trifft, hat uns an Ass. Ha da. Turn ist immer weg, Sepp auf der Seite. Pickflash hat der noch. Wenn du das sagst, ich hab ein Ass, Pickflash. Ass, Pickflash? Nee. 20 hab ich gehört, muss man machen. Oh, der setzt als erstes. Der schiebt nicht mal. Oha. Ich hab geschoben. Wenn Christian schiebt, dann muss ich erst setzen, sonst geht's ja weiter. Uff. Alter. Dickes Uff. Da liegt was. Also ich hätte die drei getroffen. Ja. Da geht er mit. Drei Paare. Okay, er hat auch das Ass. Oh, das ist aber ärgerlich mit Ass und Dame, ey. Ja, das nervt mich jetzt gerade. Ich dachte, er hat das Ass getroffen. Aber die Dame auch. Nee, der hat sich die Dame schon getroffen, deswegen hat er am Anfang schon erhöht. Ich weiß. Aber ich hab nix falsch gesagt, indem ich gesagt, er hat Ass 5 mitgehebt. Bei mir war das ein bisschen gamble. Ja, ist schon krass. Ein bisschen? Wird's nix? Wird's nix? Weil ich glaube. Ich hörte immer noch einen High-Cut Ass. Ja gut, du hörst High-Cut Ass. Ja, nachdem das schon lag. König, Dame, Bube. Und dann dachte du, der High-Cut Ass. Ich dachte mir, der Pott war wieder nix. So hätt er die ganze Zeit gespielt. Und durch hab ich rausgeblieben. Ey, durch F.O. 26 bin ich nicht zu kritisch. Boah, Alter, leg mich am Arsch, ey. Boah, hab ich eigentlich schon mal den Pott geschmissen, ja, wa? Ich hab den Blind geschmissen. Weiß ich nicht. Ja, du hast ja nur den Small bleiben. Den Small. Ja, den spiel ich nicht mal raus. Ja, wie Jay da sitzt, ey. Also, man's planning, oder wie das heißt, at its best, ey. Okay, Jay macht gar nix. Jay macht nix, okay. Ach, ich bin dran. Oh, lol. Wow. Alter, wie lange hat man denn noch Zeit? Was ist denn da los? Das war schon fünf Sekunden abgelaufen. Ich muss das so hart überlegen. Für zwei Cent können wir mal gucken, oder? Ich weiß gar nicht, was der macht, wenn du überhaupt nichts tust. Ob der dann rausgeht, oder ob du theoretisch mitgehst, einfach. Ich glaub, der geht raus. Der mitgeht, finde ich, aber eigentlich sinnvoller. Ja. Und da wir alle Kackkarten haben, passt das ja. Ich dachte, wir hätten gute Karten, und dann gehst du bei den Kackkarten raus. Da hätte ja keiner gesprochen, ja. Aber wenn du die Kackkarten hast, dann hast du doch was getroffen. Oh Mann, Alter. Ja. Mach mal den Jay nackig, Bram. Hast du drei und vier? Du hast keine drei und vier. Der geht auch rein. Du hast keine drei und vier. Das stimmt. 2 und 5. Oh, das ist auch gut. Belastend. 9 und 5. Das könnte aber noch was geben für Jay. Eine 9. Fuck. Ne. Bin ich. Schade. Nehme dein Geld an, Jonathan. Das ist ärgerlich. Hast du drei und vier? Nee. Hey, ich habe immerhin die fünf getroffen. Ja, ich habe mir gedacht, immerhin etwas. Ja, mit so einem schwachen Blatt. Ja. Ja, was weiß ich. Danke, danke, danke. Ich gehe jetzt all in. Egal, was ich mache, ich gehe jetzt all in. Ja, aber dann ist ja nicht egal, was du nicht all in. Ja, wahrst du, dass ihr mitmacht. Egal, was ich mache, ich gehe all in. Ne, egal, was ich kriege. Ansonsten seid ihr Pussis. Ich habe jetzt für den Rest des Tages Pussy 1, Pussy 2 und Pussy 3. Macht gar nichts. Und die Oberpussy sagt hier, so sind dicke Sachen, oder was? Sehr guter Mann. Pussy 1, umgewandelt zu Christian. Ja, komm, sehe ich mich. Ah ja, Pussy 2, umgewandelt zu Bram. Hast du deine Karte schon gesehen? Ja, ich sehe die vor meiner Nase. Geil, ich muss keinen Pussy nennen, da freue ich mich drüber. Das wäre geil, wenn du jetzt gepasst hättest. Ich gehe raus. Du hättest einfach rausgehen müssen jetzt. Damit sind meine Karten echt zugegeben. Oh, warte mal, du hast 88. Oh mein Gott, jetzt muss ich nochmal 4 nachschmeißen. Lass sie jetzt alle rausgehen. Da ist mir zu Kraft. Ja, geht raus. Ja, aber dann kriegst du ja das for free. Geht raus. Geht raus. Nee. Ich habe auch 88 auf der Hand. Geht raus. Echt? Ja. Das ist die richtige, die rechteste Pokerrunde meines Lebens. Ach komm, jetzt habt ihr einen Ass bestimmt. Doch, Mann. Spielen wir noch untereinander oder machen wir nur James? Nein, wir machen das erst mal rein. Nein, wir ziehen jetzt doch durch. Aber dann hast du getroffen. Nicht nur einmal. Oh, Mann. Ja, hier. Ja, für 12, da will ich mich aber auch noch sehen. Ja, spielen wir mit. Ist das belastend. Eine Dame und ein Buben. Nix. Dame ist scheiße. Da kann doch nachgehen. Das ist die rechteste Runde meines Lebens. 88 auf Indigo. Oh, scheiße. Scheiße, Alter. Mann, das ist so lächerlich, ey. Es ist so lächerlich. Christian, geht's? Oh, nice, Christian. Na gut. Das war wert. Jay ist raus. Kicker hat das Spiel entschieden. Jetzt können wir wieder richtig spielen. Piss dich. GTA verlassen. Dauposition. GTA verlassen. Ja, lass uns mal GTA verlassen. Erstmal falsche Spiele deinstallieren, ja. GTA deinstall. Das ist doch kacke alles, ey. Ja, Jay weiß halt immer ein Poker. Poker gegeneinander kann man in GTA gar nicht spielen, oder? Äh, nee. Nee. Du spielst immer gegen die Bank. Du spielst immer gegen Poker im Casino. Ja. Das ist dann Reddit online vorbei. Komm, die 20 müssen wir jetzt mal hier weiter haben. Der neue Blind ist Schwanny. Der neue Blind ist Schwanny, ne? Aber ist okay. Du, 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 du. Ja, da müssen wir mal schieben. Alles richtig gemacht. Ja, das schiebe ich auch. Oh Gott. Ey, Bram, wenn wir treffen, ne? Dann erhöhen wir. Okay. Ja, dann schieben wir doch mal, wenn wir nichts treffen, oder? Ja, wenn wir nichts treffen. Ich bin ja auch ein ehrlicher Dude, ne? Also ich bin ja jetzt hier kein Schummler, oder so. Ich zieh dich eiskalt über den Tisch. Ich sag's dir. Das ist okay. Wenn du nichts getroffen hast, dann hast du ja einen hohen Kicker. Dann kannst du jetzt erhöhen. Kommt. Wenn ich nichts getroffen habe, habe ich einen hohen Kicker. Dann kann ich ja hören. Weißt du, wenn ich nichts getroffen habe, einen Scheiß-Kicker habe? Ja, das ist richtig gut. Dann frage ich mich, warum du mitgegangen bist am Anfang. Ja, dann spüren wir mit. Ja, dann gehe ich aber auch mit. Jawoll. Haben wir den hohen Kicker. Ass. Jawoll. Ach, was denn? Pachten. Ach, du Wichser. Ja, die liegen am Tisch. Ach so. Oh, Loll. Ich habe aber keinen hohen Kicker. Ich habe keinen Hasen. Oh, sehr gut. Hat er doch das Ass gehabt, die Sau. Ja, sonst wäre ich am Anfang ja nicht mitgegangen. Chris, der hat mich da schon durchschaut. Der liest mich wie ein DB, liest der mich, der Junge. Boah. Da fallen mir die Augen aus. Peter, such schon mal Spiele raus, ne? Ja, bin dabei. Aber es müssen gute Spiele sein. Haben wir das nicht gestern schon gemacht? Da kommt schon, Baby. Tu noch mal einen Ass auf die Hand. Hit me, Baby. One more time. Was hab ich denn für Karten? Hallo. Wir wissen noch, wie das ist. Erst mit 20 Cent spiele ich auch. Ja, 20 bin ich auch dabei. Der neue Big Line. Äh, eigentlich, Peter. Christian, dann tun wir ein paar geile Karten. Wir, jetzt kommt 4 und 10 Kreuz. Ach, okay. Ja, spielen wir mit, mein Freund. Ja, spielen wir mit. Boah. Das ist jetzt aber schon... Mir fehlt schon so ein bisschen jetzt hier Jays Analyseecke. Nee. Nee. Ja, da hab ich gerne noch mit dir gespielt. Na, glaub ich dir. Hat's gar nix? Hat er gar nix. Na, doch n Ass. Aber, da drauf zu spekulieren wir jetzt schon... Ja, damit hättest du verloren. So viel Geld hab ich jetzt nicht mehr. Was kann ich dir sein? Damit hättest du verloren. Mit 5 Dollar... Ah, wobei... Ich weiß gar nicht mal, was deine zweite Karte war. Ja, auch kein Treffer. Nix. Nutzt 6 oder so. So, jetzt müssen wir mal den Stachelhaus ein bisschen ausziehen. Er hat fast 14 Dollar, ey. Ja, find ich auch. Boah. Gehen wir mal mit 4 mit, ne? Ja, was? Nee, 20 ist der Big Blind. Ja komm, dann seh ich mich da, Sam. Hier hab ich Disney. Ja, so ist es ja. Ja, das ist gut. Jetzt müssen wir es sehen wollen, oder? Komm, Roy Flush. Ja, guck mal, das ist doch ganz ordentlich. 3 und 8, genau. Wat? Nee, nee, hier wird nicht abgeschoben, Junge. Warum nicht? Wir sind ja in Deutschland... Egal. Ich wär genau dazwischen gewesen. Nee, einen weiter immer. Ja, spielen wir nochmal. Ja, dann nicht. Nee, nee, Bram. Take my 20. Ja, hier mit 20 ist gut. Hier, nimm mal die Karten. Jetzt kannst du mal mischen. Na, ich will mal endlich mal vernünftige Karten. Aber du hast doch schon gemischt, oder? Oh, die sind 1a gemischt, ich seh das schon. Mein Gott. Ich glaub, ich krieg jetzt einen Doppelass, hab ich in dem Gefühl. Vertrauen Sie mir, die sind 1a gemischt. Alter, da kommt irgendein, der ist hier reingestolpert, der ist schon besoffen. Draußen Trink ist doch verboten. Guck mal, meine Karte. Der hat vorgesoffen, hat der. War er damals auch schon verboten? Nee. Glaub ich nicht. Ja, hier, Big Blind 20. Oh, Christian spielt mit. Dann hat er was. Dann seh ich mich da. Jetzt hier. Gönn euch mal die Karten. Sieht ganz gut aus. Da kann man doch was draus machen. Dann schieben wir aber erstmal. Ja, ich find auch, dass sieht gut aus. Ich find ganz gut, dass sieht dann aus. Schiebst du dir das Meinen ab, ja? Ja, ne, Christian. Die Handbewegung ist eine gute. Wir haben eine ganz andere gemacht. Wobei eigentlich, ich glaub, wie der macht, wüsste doch eigentlich hier passen. Also, ne, nicht passen. Hier vorne. Ja, jetzt ist es krass. Ja, jetzt hat sich alles für mich geändert. Also, zumindest die 60 wollen wir vernünftig aufteilen, ne? Was? Ja, hier mal ein paar Damen. Ein paar Damen. Ein paar Damen. Der 9 ist höher als deine 7. Wir brauchen gleich die Karten, oder was? Ja, aber ich gewinn. Wegen der 9. Das ist doch nicht, ey. Das stimmt. Drei Boomen. Oh mein Gott. Motherfucker, ey. Jeder hat einen Boomen und dann 7, 8, 9. Na ja, ist doch mal ein kleines Zweier. Ja, ich hab noch nicht mehr die Karten gemischt, ey. Da ist doch immer Zeit. Ja, kann der da mal hinten machen? Leute, ich scheiße auf aufmischen. Ja, du misst bei mir gerade. Also, ist ja super. Ich hab gerade die Karten verteilt. Ich hab hier überhaupt nicht gemischt. Bei mir ist er auch gemischt. So einen geilen Shuffle gemacht in der Hand. Zwischen den Händen. So ein Fächerding. Ja. Poker spielt man erst ab 20 Cent. Ja. Also, wenn das Spiel nicht die Blinds erhöht, dann machen wir das einfach. Tun, was tun, was tun, was tun. Aha. Na, okay, komm. Ja. Ihr macht das schon. Na, Christian, ist da auch einen Joker getroffen? Lol. Also, wenn dann... Max. 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 Einsatz. Ich glaub du den getroffen hast, Bram. Kannst du mir nicht erzählen. Interessieren würde mich das ja schon. Hat der nicht. Aber... Kann ja gut sein. König Highcard. Full House. Uuuuuh. Das war überlastend jetzt. Außer da kommt noch ein König. Mach den Full House mit einem H7, ey. Manchmal muss man auch try'n. Manchmal muss man auch try'n. 3 fette Bildkarten auf der Hand, ey. Da kommt dann nix außer 3. Das ist immer so. Weißt du, wenn du Schmutz auf der Hand hast, dann kommen die ganzen Bilder. Und wenn du Bilder auf der Hand hast, dann kommt nur Schmutz. Ach, Bram hat auch noch 5 Dollar, ey. Boah. Kannst du mal mit? Boah. Puuuuh. Erst mal raus. Komm, die 2 bezahle ich zumindest. Wie steht denn aktuell? Christian, 14 Dollar 70. Oh. Haben 2. Okay. Gib mal, ne? Ja. Ja, Christian, du hast deine 8 Cent. Ja. Hä? Du, 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 du. Alter, spiel mal was Schöneres da hinten. Ja, ein bisschen was Peppiges hier. Ja. Beatles zum Beispiel. Ja. Genau. Oder die Banger Boys. Die Banger Boys. Ja, die Banger. Was hab ich denn für eine Karte? Jetzt zeig mal meine Karte. Ja, aber da können wir zumindest mal hier unseren Big Bans setzen. Ja, ihr macht das, ne? Ja, dann schiebe ich. Ja. Ja. Er ist richtig gemacht. Jaaaa. Geil. Was ein Mitleidstuer hier. Oh, shit. Oh, wär ich mal drin geblieben. Ja. Ich sag dir so, Christian, du kannst die 18 haben, wenn du den erhöht. Echt? Ja, damit. Du hast auch nix, ich weiß, aber viel Spaß mit den 18. Ich hatte ne Straße jetzt. Ich hatte auch ne Straße, ey. Als wenn du ne Straße jetzt hattest. Ja. Deswegen hab ich da erhöht. Welche hattest du, Christian? Die bis 7. Oder so. Was? Ne, gab ja nur ne 8. Ja, dann die bis 8. Ich hatte auch ne Straße, die bis 5 ging. Okay. Hattest du ne 4 und ne 7, oder was? Äh, ja. Vielleicht nämlich auch. Ich werde jetzt nicht mehr wissen. Das ist doch vor 5 Millisekunden passiert. Ja, aber 4 und 7. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss mischen. Weißt du, wenn du dir die Karten anguckst mit LT. Und dann steht da oben schon, was du hast, ja. Und das ist schon belastend einfach nur. Nix steht da oben, oder was? Ja, da steht deine höchste Karte ist. Achso. Ist ne 2. Oder du hast ne Pärchen, oder so. Ja. Ja, Abraham, da seh ich mich. Aber da kann man keine Runde spielen. Ja, wobei, ne, die 2 kann nicht die höchste Karte sein, die du auf der Hand hast. Ein Pärchen kann man mal gehen. Weil entweder hättest du dann 2er Pärchen auf der Hand, oder zumindest ne 3. Oder? Hm. Abraham, da schieb ich auch mal mit. Alter, hast 10, 9. Da liegen 3 Pick. Wollte mich veralbern? Ja. Da liegen 4 Pick. Da liegen 4 Pick. Und ne 4. Das heißt, selbst wenn du ne Kackblatt hast, kannst du jetzt getroffen haben. Oder hast ne Flasch. Abraham. Ja, komm. Jawoll. Ey. Vielleicht hast du ja nen Pick. Da ist noch nen Pick. Ach, schade. Das wäre schön gewesen. Full House, äh, Quatsch und Flasch für alle. Ja, die 6. Die hat jetzt rausgerissen. Komm, hast du den Flasch? Klar. 7. Ja, ok. Oh Mann. Yeah. Du musst ja auch mal ein bisschen Geld kriegen. Ja, find ich gut. 1,90. Und dann rauskassiert. Jede Runde. 10 Cent jetzt. Das ist ganz am Haus, ey. Das hat sich erhöht. Das ist halt immer prozentual vom Pott. Achso. Alter, ich sehe immer ne Frau. Alter. Aber mindestens 2, glaube ich. Ich sehe immer nur... Boah, das ist so ne alte Schrulle. Aber ich hab 3,20 Dollar. Vielleicht kriege ich die damit. Das ist 3,12 Dollar. Ah ne, 12. Ja, gut. Das juckt dann auch nicht mehr. Oh Mann, ey. Ich geh mal 2 mit. Boah. Ne. Da hört der Boy. 3. Also ja, Poker spielt mir erst ab 20 Cent. Ja, find ich auch. Aber auch nicht, wenn man 4 und 7 hat. Außer da kommt ne 7. Man kann's halt spielen. Ja, aber das weißt du ja vorher nicht. Ja. 7 und 2 wär zum Beispiel ein Blatt, weil die weggeschmissen hätte jetzt 2 Pärchen. Ja. 20. Du hast gar nix. Das geht ja nicht. Ey, ich hab keine Kartenaufwand. Was? Der hat noch weniger. Ohhhh. Der hat noch weniger. Der hat noch weniger geht. Oh Mann, 15 Dollar der Junge jetzt. Sepp, wir beide zusammen und verdoppelt haben nicht so viel Geld wie Christian. Ja, das ist voll bitter. Der einst, der uns rausreißt, ist, dass man maximal einen Dollar setzen kann. Ansonsten wird der uns einfach in den Tod treiben. Ach, komm, show me my cards. Okay. Ähm. Hm. Oh oh. Was ist denn jetzt hier los mit dem? Hey, was hab ich denn jetzt hier für'n Schmutz? Karte geblinkt. Jungs, erst ab 20 spielt man Poker. Nee, Brahm. Erst ab 20 braucht man gute Karten. Du hast eben auch erwürgt und hattest nix. Hey, nur weil ich das schon mal gemacht hab, weil es ja nicht nur eine Methode hat, ja? Ja, stimmt. Geil. Nehm ich. 12. Dankeschön. Da freu ich mich auch. Papa dauert auch richtig ab, ey. Erst mal ein bisschen langsamer spielen, damit Peter noch ein bisschen warten muss. Und Jay. Ach. Alles gut. Weg uns lang Porn. Hund paart sich mit Pferd Porn, guckt er sich an. Ja. Okay, jetzt langsam wiederholen sich die Lieder ganz schön häufig. Da, jetzt. Jetzt bin ich dabei. Boah. Alter. Endlich hast du mal, ja? Alter. Endlich, ey. Boah. Das ist ja mal ne Ansage hier. Sag mal, wir erhöhen. Ne, ich will nicht erhöhen. Mitgehen. Geil. Ja, ja, ja. Ja. Das ist ja... Das ist ja überwältigend. Klatter schon wieder in der Mitte. Das schieben wir trotzdem. Weiß nicht so scheiß die Haare und das schieben wir trotzdem. Weißt du was, Christian? Du bist ein guter Mann. Ich seh mich da. Kauf ich. Ja, wirklich schon. Wie kauf ich? Ja, kauf die nächste Karte. Ich auch so. Ah, schieb mal. Schieb auch. Weißt du was, Christian? Wiss ich. Ich bin dabei. Ja, da bin ich auch dabei. Mit 20 Cent kann man sich nochmal ein Kärtchen angucken. Da bin ich ja mal gespannt. Oh! Hat er ja mal einen Flasch? Ja, schieb ich hier. Wie ein Flasch. Das hätte er ja vorher schon gehabt. Ja, komms. Gehen wir mal rein. Ich glaube, ich werde mit einer Acht gewinnen. Warum nicht, Bram? Ein paar Königers. Dammit. Woo! Den König habe ich nie erwartet, weil der geschoben hat. So eine Scheiße. Ja. Aber bei 3, 7, 4 war ich vorne. Bei König hat er auch geschoben. Da dachte ich, werde ich auch noch vorne. Ja, ja. Immer unpredictable bleiben. Nein, Bram überholt. Jetzt geht los. Das heißt, ihr habt aber auch die 20 nach der 7 einfach wieder bezahlt? Ja. Ja. Okay. Muss ja unpredictable bleiben. Weil das Spiel noch ein bisschen dauert. Ja. Dann können wir eine Runde Poker spielen. Nee, Bram. Dann spielen wir keinen Poker. Geil. Nehm ich dann toll. Ja. Nehm ich mit. Das ist alles nüs. Dafür, dass ich nichts gemacht habe, war echt okay. Aber jetzt mische ich mir erstmal die eigenen Karten zu und dann gehe ich mit. Ich meine, ist die Musik jetzt ein bisschen fetziger. Da fängt gerade wieder ein neustiger Rock'n'Roll, Alter. 20 Grammar. Ja. Keine Gitarre. Also nicht mehr sind wir dabei. Sondern da wird es besser ausgezogen. Es ist okay. Ich hatte schon länger nicht mehr. Bitte müssen. Ja. Oh, die Zähne ist so attraktiv. Ah, schieben wir. Ja, Bram, da sehe ich mich auch eher beim Schieben. Können wir in die andere Richtung mit den Scheißkarten gehen? Wieso? Fünf ist höher als vier. Aber 20 können wir, Bram, oder? Hast du fünf getroffen? Ja, aber ich wollte ein bisschen mehr Geld von dir, falls ich mit meinem Ass gewinne. Nee, nee. Wie, nee, nee? Was hast du denn, Bram? Du hast ja auch einen Ass, oder? Einen König. Also Bild musstest du ja gehabt haben. Bilder hatte ich. Ja, siehste. Aber kein Ass. Ja, aber ein König. Weiß ich nicht mehr. Wissen wir, ob meine suited waren. Wie kann ich denn schon drin sein, bevor ich meine Karten überhaupt gesehen habe? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Was habe ich überhaupt? Small Blade, Big Blade? Ah, nee, ich kann frei spielen. Ich habe Katzenhaare, Mann. Oh, nee. Ja, habe ich dabei. Ja, 20 können wir nochmal. Oh, 20 können wir nochmal, wa? Ah, Christian geht raus. Tade, aber gut. Und jede Runde zockt sich da draus die Kohle. Das geht schon ganz schön lange hier unsere Poker-Runde, also. Ah, das wird ja gerade geil abgemischt. Okay. Ah. Hör mal den Blind. Oh, auf 30? Dass in dem Spiel der Blind auch nicht erhöht wird, finde ich auch interessant. Das finde ich auch komisch. Dafür musst du immer ein bisschen an den Tisch abgeben. Ja. Nicht keinen guten Ersatz. Ja, das stimmt. Lalalala. Hast du auch das Ass getroffen? Dann werden ja alle Asse raus. Wieso? Hast du das Doppel-Ass weggeschmissen, ja? Ich hab eins weggeschmissen. Okay. Ah, komm, Bram, ey. Ah. Dann gehen wir auf Max, ne? Das Mädchen macht das schon zwischen euch. Zehn kann ich jetzt auch noch gehen. Denk ich mir halt auch. Ein paar Zweien, Alter, what the fuck? Ja, gut, hab ich... Oh, du hast die neun und sieben getroffen, okay, nein. Ich hab gedacht, du bist. Als wenn. Als wenn du so lucky hier's gewinnst und dann die zwei kommt. Ich glaub, ich würde jetzt ganz schön rumschwein. Alles klar. Der ist doch nur behindert. Ach, herrlich. Alter, warte. Also mit Glück hat er denn nicht viel zu tun, ne? Ne, er hat nichts mit Glück, ne. Boah, da bist du beim Hands of Four und da kommt ein fucking Ripper, der hat die zwei. War Ripper letzte? Das ist aber auch immer bitter, wenn man da bis zum Ende spielt und nicht, wenn beide all in sind oder quasi nicht mehr beaten können, einfach Ende ist. Und dann gezeigt wird. Aber das ist beim normalen Poker auch so, oder? Dass dann noch die letzten Karten aufgedeckt werden. Wie beim normalen Poker. Also nicht, also das ist jetzt keine Kritik an der Red Dead Redemption Umsetzung, sondern, also normal, beim Poker Regeln an sich. Du meinst bei dem normalen Texas Voldemort? Ja, ja, da spielst du bis zum Ende. Ja. Ja. Och, ne, ey. Ja, so schmutzlig, dann sehe ich mich da. Och, ne! Ja, also vorhin, Info, ich hatte die drei, aber ich dachte mir, im Dreierpferchen gehst du den Scheiß nicht mit. Wenn ich die drei hatte, dann ist ja okay. Wenn man von euch noch eine drei, die andere drei hat, ist natürlich jetzt ganz schön nice. Den Rest können wir auch noch voll machen, ja. Und? Jetzt hast du den getroffen. Der hat die drei getroffen. Der hat die drei getroffen. Der hat die andere drei. Christian, der wirklich ausgezogen bisher. Das stimmt. 15 Dollar 74 bist du runter. Das heißt, der hat 50 Cent geboten bei ein paar Dreierpärchen. So eine Scheiße, ey. Ich glaube, die Leute spielen da anders als du. Jetzt gibt's ja gerade alles da am Klavier. Ja. Es geht ab. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Mit drei Spielern da eigentlich vier Chips damit. Und ein schwarzer. Ein schwarzer, zwei grün und roter. Hier wird nicht geschoben. Wer hat das gesagt? Das wird Christian das sofort sagen. Ja, das wird auch. Christian schiebt auch. Guck mal. Wir setzen vier. Drei für vier bin ich dabei. Das ist so behindert, ey. Das ist so geil. Oh Mann, ey. Ein Pott von 24 kann man sich aber schon mal gönnen, ne? Da kann man auch mal noch eine kleine Keile erhöhen. Gönn dir mal. Das ist so geil. Das ist so geil. Ja. 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 Das ist richtig rich, Bitch. Das hat auch nur Schmutz, was da lag. Da lagen. Zwei Bogen und ne Dame, oder? Drei Blickkarten? Ja, aber für meine Hand lag da Schmutz. Ja, das kann sein. Da hat nämlich ein Ass. Da hat Oliver einen König gehabt. Oder ein Ass. Da hätte ich eine Straße gehabt bis zum Ass. Das wäre schön gewesen. Ja, ich spiele jetzt mal wieder Normalpoker hier. Ja, finde ich auch. Können wir machen. Das ist ja 20. Aha. Lop. Ach, 40. Ah. Man, ja, Big Blind ist ja doppelt so viel dann, ne? Ey, jetzt will ich aber sehen. Wenn ihr sehen willst, muss ich ein Maximum setzen. Das ist okay. Dann setze ich ein Maximum. Weil jeder von uns hat die Chance auf was... Da liegen auch supergeile Karten, ne? Straße, König... Ja, wow. Also wenn er jetzt nichts getroffen hast und mitgegangen ist, müssen wir auch kräftig daneben. Okay, du hast ein paar Könige und ich hab da... Ich hab Ass und Bube. Oh, Ass und Bube ist stark. Also die Straße. Ja. Oh! Ich höre die Kohle gerne ab. Oh! 2,86 Euro. Dollar. Da kann man sich mal freuen. Sehr schön. Ich bin hier in der Timber-Industrie. Diesen Parts. Ah, lucky der. Warum hat man die ausgeglichen hier? Dammit. Gute Runde dann. Guck mal, die sind hab ich beim Big Blind nur eingesetzt. Einschiffen. Die sind doch unterschiedlich viel wert vom Spiel. Ja, muss ja wegen Small und Big Blind eigentlich. Ja, aber vorhin lagen da vier Chips bei drei Leuten. Nach dem Blind. Äh... Komm, Sepp, ne? Geh irgendwann an, gehen. Was, der erhöht? Was ist falsch mit dir? Wie gehst du denn mit? Ja, trotzdem. Hast du auch dicke Titten auf deiner Karte, auf deiner Hand? Ab vier. Geil, Alter. 2,66. Das ist der Flop, den man sehen will. Okay. Sepp, du hast die Doppel-Sechs nicht. Ne, muss ja auch nicht. Ich hab ja auch was anderes. Ja, aber alles andere ist mal ein bisschen. Das ist mir egal. Ja, so. Jo, da ist ein Pellchen auf der Hand. Ja. Macht gar nichts. Schon okay. Ja, die noch nicht. Jawoll. Jawoll. Seh ich mich. Okay. Ja, Bram, danke schön. Ein Problem. Soll er, die nehm ich. Ne? Du brauchst halt Geld auch mehr als ich. Ja, ist auch so. Dusel ist nicht so teuer. Ne, Frauen schon. Ja. Mit mir schlafen die freiwillig. Ja, deshalb gönst du mir das halt auch, ey. Aber wenn ich dich so angucke, ey, du hast ja schon einen krassen Lederriemen zwischen den Beinen. Ja. Deswegen weiß ich auch Lederriemen, Jo. Oh, Leute. Ich bin dran. Ja, mach mal den. Zwanni. Ja, okay. Oh, harm. Oh, no! Ha! Bram und Korn. Oh nein, die Situation hat man schon mal an Bram gewonnen. Oh, da hat er halt... Ubezähl ist gar nicht schlecht. Oh Gott. Ubezähl ist wirklich gut. Ja, Doppelart. Ja, die Pocket Rockets. Die sind gefährlich. Bram ist einfach reingegangen. Das... Nein, noch nicht. Ich dachte, das wäre ein Bube. Ja, GG. Komm, nur eine Dame. Oh! Ah, dann hat er ihn einfach rausgekriegt. Alter, Bram drückt einfach. Ich dachte nicht, dass du den Dollar setzt, du Sau. Oh, hart, ey. Herr Christian, so kann man auch Leute abzuhören. Geil, ey. Achso, mit Bube und Dings wäre ich natürlich in die erste Runde mit 20 Cent mitgegangen. Ja, dann wäre ich wohl auch. Das hätte ich wohl auch gemacht. Boah, ist das belastend, ey. Wie schieben wir zwar einfach die ganze Zeit die Kohle hin und her. Ne, immer das Haus zerwackt sich immer 10% aus. Das ist halt geil, Alter. Ja, ne. Nicht mit dem Schmutz. So, Sepp, jetzt gewinne ich aber mal. Wir müssen ja irgendwie das Geld auch loswerden. Check mal. Ne, Sepp. Lass mal nicht checken. Ne, Bram. Also der ist schon echt scheiße. Lass mal 36 setzen. Ne, dann gehe ich raus. Und jetzt zwei Pärchen gehabt. Mann, ey. 6 und 2 oder Ass? Ich glaube schon. Wenn ich hab 6 und 2 weggeschmissen. Oder war es 6 und 3? Nein. Alles richtig gemacht. Kommt da ein Ass bei. Du hast immer 15 Sekunden zwischen zwei Runden, Alter. Das ist richtig lang. Ja, das ist echt krass. Aber in der Zeit passiert wenigstens ein bisschen weit. Die Blinds werden gesetzt. Man mischt. Man mischt. Oh, warum wird ein bisschen die Sonne ins Gesicht geschehen? Ist das jetzt bei dir eigentlich heller? Ne. Weil dir scheint voller Olle die Sonne ins Gesicht. Jo, stimmt. Du bist in Small Blind. Puh. Spür mal weiter. Spür mal weiter. Ja, sehe ich auch so, Bram. Also komm. Gut, dass ich weggeschmissen hab. Ein Bram. Ich check da. Ach, Kinder. Die 10, die können wir uns gleich aufteilen. Das sehe ich schon. Komm noch ein König oder sowas. Ja. Ja. Witz, ey. Noch ein Arzt. Natürlich. Ja, klar. Was ist das denn? Zwei Könige und zwei Arzt. Okay, Bram. Ja. Sag mal. Also es lohnt sich sowieso nichts zu setzen, weil es eh gesplittet wird. Ne, komm hier. Es lohnt sich eh nicht 96 Cent. Als ob du was höheres als die 9 hast. Ja, reicht ja, wenn ich die Dame auf der Hand hab, ne. Da hab ich zwei Ass und zwei Könige und im Klame. Ein guter Kicker kann ja jetzt auch schon alles sein. Weiß, ob der was höheres als ne 9 hat. Hat der nicht. Jo, natürlich. 20 geb ich dir nicht. Na, dein Buben, die Drecksau. Warte. Ne 8. Nix. Ne 8. Ne 8, Alter. Ich glaub nicht, dass der was höheres als ne 9 hat. Da nehm ich den Pott. Dankeschön. 1,92. In Papas Strumpf. Bei so nem Blatt. Sag Christian, hättest du gewonnen? Ne, ich hatte 7 und 2. Also. Das ist ein ganz arm Predictable. Da wird viermal geschoben. Auf einmal kommt der Toller raus, ey. Natürlich. Und keiner hat was getroffen. Ja gut, dann warum ist das dann auch klar. Ja gut. Muss man auch sagen. Wär natürlich geil gewesen, wenn dann einer doch den König hätte. Und dann richtig halt reingeweltet. Und dann ballert, ja. Wäre Chapeau. Das wär Shampoo, ja. Da, Stachel aus. Was tun sie? Ja, ich bin dabei. Keine Angst. Nur die 20. Nächstes Mal hab ich erst geguckt, ob du nur 20 geschwitzt hast. Du Sau. Jetzt hätt ich den Dollar setzen müssen. Scheiße. Ja. Aber. Big Plane müssen wir setzen. Du, 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 du. Ach komm. Was soll das? Wir gucken uns nochmal ein Kärtchen hier an, ne? 20 guckt er sich die noch an. Jawoll. Schieben wir nochmal. Ja, schieben wir nochmal. Ja, schieben wir nochmal. Ey, Mann. 20 ist da aber. Nur ein bisschen. Ja, guck mal, Christian ist schon raus. Komm, komm jetzt. Ja, okay, komm. Wir gucken uns das nochmal an. Ja. Das hat ja sowieso keiner. Noch weiter spekulieren wollte ich da auch nicht. Warum hast du den getroffen? Ich hab die 10 getroffen, ja. Ja, dann all in. Machen wir voll. Ja, seh ich mich auch. Drilling of us. Und du? Au, what? Nice to play. Ich hab die 7, du Drecksack. Du Mistkerl, ey. So, dann bin ich wieder höher als Zef, ne? Das Spiel hat sich gedreht, Peter Smits. Guck mich nochmal Reacts mit dir hier an. Ja, genau. Also ich glaube... Geht Dalu uns so fragen, ob die Zeit haben. Der nächste ist Christian, den wir uns jetzt schnappen. Er hat auch nicht genau damit gerechnet, dass ich den Drilling hab von Aston, nachdem ich so aufgecheckt hab. Ne, ich bin rausgegangen, weil ich dachte, Zef hätte den. Oder quasi ein Pärchen schon auf der Hand. Ja. Ja, normales Poker. Das spielen wir erstmal. Seh ich mich auch. Der passt schon wieder, ey. Ja, ihr habt 4 und 2. Was soll ich machen? Ja, 4 und 2. Sammelst du jetzt. Guck mal, 4 und 2. Bäm. Oder Dame 9 und 8. Alles höher. Ach. Ach, schieb ich auch. Warum spielt jetzt auch hier die... Not predictable Taktik hier. Na, hast du die Straße? Mhm. Oder sind Relenken? Gesundheit. Gesundheit. Ja, Alter. Die schieben sich hier die ganze Zeit durch die Gegend, Alter. Lass mich auch mal wieder melden. Ich hab mein Inventar jetzt hin und zurück sortiert bei Escape from Tarkov und immer noch kein Plan, was was ist. Was? Wie? Was? Warum geht das jetzt hier nicht, Jay, ja? Wenn ihr darüber reden wollt, müsst ihr den anderen Channel gehen einfach. Ja. Peter, zieh mich mal. So, jetzt machen wir das mal hier. Guck mal, Chris ist gleich unter 12 Dollar. Wir ziehen den noch aus, Bram. Und dann flattern wir ihn. Sepp ist wieder vor mir. Ja, wichtig. Ich bin dran. Nice. Ich war auch schon unter 12 Dollar. Also, muss ich ja gewesen sein. Ich hab einen Dollar gewonnen. Komm, für 20 kann man mal sehen. Okay, da haben wir diesmal aufgepasst. Gott sei Dank. So nicht erst nach laut. Ihr hattet schon den Finger auf der Enter-Taste. Können wir offen spielen. Oh, ich hatte 7, 8 suited Karo. Nur zur Info. Oh. Das könnte interessant werden. Oh, die 8 habe ich dir geklaut schon mal, Sepp. Oh, das ist schon mal schlecht, Bram. Das ist schon mal nicht gut. Das ist schon mal nicht gut. Weißt du nicht, dass die nicht gekommen. Ja. Ja. Alter, da gewinnt der wieder. Und da ist auch noch eine 8 weniger im Deck gewesen. Leck mir doch die Eier, ey. Wie kann man so viel Lack haben? Fortuna herausfordernd. Vor allem, das Schlimmste ist, ich hätte gewonnen. Nein. Ich hätte 2 Pärchen gehabt. Oh, nein. 7, 8. Und da lag 7 und 8. Haben wir erstmal gegangen, ey. Mit einer fucking 8. Ja, Christian. Der hat bei mir auch mit der 2 den Drilling-Folge gemacht. Ich weiß, wie ich... Weil der hätte das auch gemacht. Oh, Gott. Habe ich schon was gesetzt? Nein. Oh, das ist diese Box. Oh, komm. Weißt du. Kommt aufgeschissen. Nehm einfach die 2 Cent. Jetzt. Er hat gewonnen. Ich will das Runde machen. Es war so schlecht bei euch. Bei mir auch. Aber gewonnen immerhin. So. Einen schmalen Blinden. Happy New Year. Wenn wir fast 2 Stunden Wasser... Äh, in Wasserfeife. Genau. Poker-Spiel. Ich wollte gerade sagen, wir hätten echt voll gern mit nach Wasserfeife hier zu sitzen. So. Was haben wir gesetzt? Achso. Naja, wir spielen Poker. Nee, nee. Ich muss immer gucken. Der Sachel aus sitzt manchmal sneaky den Dollar. Da muss ich mich immer aufpassen. Das habe ich einmal gemacht. Ja, komm. Dann können wir doch mitspielen. Mit Unit Cards kann man das machen. Ja. Okay. Ich mich. Ja, komm. Dann spielen wir aufs Drilling, wa? Ja. Ja, sicher so. Achso, nee. Ich meinte damit, ich habe da Drilling. Achso, ja. Das ist natürlich schlecht. Und ich habe den anderen König von dir, den du noch brauchst. Das ist natürlich schlecht, denn, ey. Den Drilling. Als ob du den Drilling hast, ey. Leck. Kann aber immer noch mal drinnen sein. Oh, fuck. Ja, aber das ist unwahrscheinlich. Ich bin auch noch ein König auf der Hand. Ja, da will ich vorsichtig brauchen. Das habe ich mir eben auch gedacht. Wir schieben uns auch nur die Scheiße hin und her. Ich habe jetzt deutlich mehr Cola als du. Ach, deine Mutter hat auch mehr Cola als ich. Das stimmt. Die bläst ja auch besser als du. Ja, das stimmt. Moment, das stimmt. Muss ja auch so sein. Wenn Sepp die mal bezahlt, kriegt die ja mehr Geld irgendwie. Oh, ja. Jetzt kommen wir geile Kärtchen. Ganz ehrlich, ich hätte mal Bock auf so eine richtige Pokerrunde. Ja. Also es ist krass, wie cool das läuft hier. Ja, 20. Kommt, Leute. Ich hatte 5 und 2. Also nach 9 und 2, 7 und 2 hatte ich jetzt 8 und 2. Also reicht langsam. Meist du das Gewinn so? Du hast ja auch 11 Dollar 2. Stimmt. Ne, jetzt nicht mehr. Oder? Doch, ich bin Dealer. Nicht lange haben Hunger hier. Wäre jetzt hier so ein Steak geil. Ja, oder so ein paar Spare Ribs. Was haben wir hier denn? Okay. Ich bin dran. Schmutz. Oh, was haben wir gesetzt? 20. Ja, für 20 hier geht, guck ich mir das an. Für 20 guck ich mir das auch an. Selbst mit Schmutz kann man gewinnen. Du irgendwie schon, ja. Ja, guck mal. Es sieht doch genauso aus, wie das, was ich auf der Hand habe. Riecht gut. Da sehe ich mich auch. Ja. Und Schmutz kann man gewinnen. Was ist das für ein Quatsch? Da brauchen wir mal den Christian richtig fertig, ey. Hast du auch wieder einen Drilling, Sim? Ja. Ja. Oh, das ist jetzt schlecht. Wieso lügst du? Oh, das ist schlecht. Wieso lügst du? Was denn? Du hast keinen Drilling. Ja, das brauche ich auch nicht. Im Verlieren brauche ich keinen Drilling. Im Verlieren brauche ich keinen Drilling. Im Verlieren brauche ich keinen Drilling. Du verlierst viel. Aber wir haben eine 3. Und wir haben eine 7. Ein paar 7 dann. Und ein paar 3. Na gut. Und du? War der 2. Christian? Ich hatte nix. Ich hatte... Du hast den Joker und die 9. Nee, ich hatte Dame... Dame 10? Irgendwie sowas. Nee, gar nicht. König... König und... 9? Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall nix. Ah, schön, ey. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Mal sehen, wie es da ist. Komm langsam, Hunger. Komm, Sepp. Dann muss da ein bisschen mehr geben. Komm, ey. Na, ehrlich getroffen. Schade. Auch gut. Auch wenn man nix trifft, muss man manchmal mal einfach gehen. Da hast du gar nix getroffen. Ich hab nix getroffen. Ich hab nix getroffen. Damit können wir noch spielen. Your turn. Ja, angucken tue ich mir jetzt für die Kohle. Ja. Muss ich auch so. Ich leh mich mal zurück. Und genieße... meinen Treffer. Hast du auch wieder getroffen? Ja. Dreimal. Dreimal hast du getroffen. Ja. Ja. Gib mir mal dein Geld. 32. Ja, ist schon gut. Ja. Du musst den maximalen Einsatz setzen, wenn du so spiel willst. Ja, machen wir das. Ja, seh ich mich auch, Bram. Hast du die Dame? Ja. Schade. Sollte ich die nicht haben? Wäre doch voll dumm, ohne Dame zu gehen. Hey, ich hab bei dir schon alles gesehen, ja? Wäre voll dumm, ohne Dame zu sehen. Unpredictable. Ja. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da doch... Hm. Wie kann die sich hier an seinem Loris rumspielt? Ähm. Ja, aber es... Ich bin ja auch Lederrieben, Joe. Ist ja ganz schön nice, wenn man suited Karten hat. Ah. Ach, was macht ihr denn da? Ne, so geht das nicht. Bisschen Pfad hier mal reinbringen, wenn die Mucke hier schon so abgeht. Bei 3 und 5 gehen wir nicht mit. Mucke geht einem langsam ganz schön um den Sack. Guck mal, zack, 3 und 5, Bram. Ja. Wäre ja richtig stark gewesen von mir. Ja. Pass auf, die kommen noch. Hätte zumindest beides Pick gehabt. Nur noch zwei Pick-Karten und schon hätte ich einen Flass. Nur noch zwei Pick-Karten. Gibt das denn? Maximal Einsatz. Wie geht das denn? Ach so, am Tisch. Christian hat irgendwas, aber ich spekulier. Alter. Komm. Komm. Nein! Immerhin. Boah, die Geste habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Christian, soll ich mal Geld an den Tisch ziehen? Mhm. Der Junge wieder über 11, ey. Ja, ist okay. Erstmal anfängt ein Poker-Sass-Account noch. Wo geht hier eigentlich mal die Tür auf? Die ist doch da, die ist doch schon offen. Ja, hinten ist da noch einer. Achso, ne, die sehe ich nicht. Okay. Na gut, weil... Spielen wir eine normale Runde. Ja, sehe ich auch so. Schick, bis er passt. Das sind ja kack Karten. Mal wieder. Oh, Christian hätte zwei Pärchen Karten. Mal wieder. Ja, brauchen wir checken mal. Ja, checken wir mal eine Runde, wa? Ja. Du legst da jetzt ne gute Karte für mich auf. Ja. Die war nice. Die war nice. Die checkst du ja erstmal, wa? Mhm. Ja. Ah. Hade. Alter, wenn der zwei Cent erhöht wird, hättest du wirklich rausgegangen. Ich weiß. Aber zum Glück habe ich die Dame noch getroffen. Zum Glück zumindest die... Mann, der ist aber auch belastend hier alles. Wir müssen jetzt mal echt anfangen, den Leuten die Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, versuche ich die ganze Zeit schon, aber... Ich gehe doch nur, wenn alle mitspielen. Nicht nur, wenn mal einer. Okay. Schmutz. Wir machen eine Viererrunde, ne? Guck mal, was Christian dazu sagt. Ich finde, wir machen eine offene Runde. Ja, nee. Eine offene Runde? Nee, danke. Dann hätten wir schon vorher uns committen müssen. Also, nee. Gönn dir die 12. Ja. Wie viele Chips das waren für 12 Cent. Das ist mehr Geld, als ich zusammengerechnet mit den Karten hatte. Ja, du hast nix? Vielleicht. Ja, für 12 Cent. Du hast einfach nur... Du hast nur... Ja, für 12 Cent. Du hast nur Muchkarten, ja? Was ist denn Much? Du hast dann versucht, jetzt die Blinds hier rauszukauen. Das ist Schmutz oder? Das neue Schmutz ist Much? Das ist schon scheiße, hm? Ja, okay. Äh... Ja. Ne, das ist dann hier Much. Da schwör mit! Da seh ich mich! Komm, ey! Da seh ich mich! Komm! Einfach mal gehen! Also, jetzt können wir... Ja, hier! Ja, guck mal. Ich hab auch... Caro! Oh, das ist schlecht. Ne 3 hab ich schon weggenommen. Guck mal. Caro ist schon mal schlecht. Weil Bram nämlich nen Boom hat. Tag! Da liegt er! Oh, was? Oh mein Gott! Was ist das denn? Oh! Danke! Oh, er hat noch die 10 gefehlt für... Äh... Rasa. Royal Straight. Ja. Ah, Mann, ey. Das ist geil. Gibt's ein Royal Straight, ja, ne? Ja, dürfte die höchste Straße sein wahrscheinlich. Aber die gibt's nicht separat. Ne. Ne. Ah, Sepp, hab ich die ausgezogen, ne? Wie schmeckt der der Fuß? Nein, manchmal muss man auch mal gambeln. Wenn ich spiele, der nix gewinnt. Wenn man drei Bildkarten auf der Hand hat, muss man mitgehen. Ja, wenn man zwei Zahlen hat, dann muss man mitgehen. Das sehe ich alles. Was ist denn da los, Christian? Mit neun und drei bezahle ich nicht einfach Quatsch. Aber guck mal. Ja, guck mal. Liegt die 10. Also super. Na, ich checke. Äh, checken ist da nicht. Ja. Ja, sehe ich mich auch. Checker. Ich checke. Du weißt, checken ist da nicht. Ja. Sieht alles ganz gut aus bisher noch. Na, geht so. Fünfen. Achso, du hast die 10. Okay. Ja, aber ich hab das schon mal erlebt. Warte die ganze Zeit auf die 8. Die ganze Zeit war ich auf die 8. Jawoll! Alter, das kann doch nicht wahr sein. Alter, das soll ich nicht mehr nochmal halten. Das ist hier so die 5. Runde, die er verflügt durch. Na ja. Ein Rimmer geholt, ey. Ich krieg mich auch nicht kaputt, ne? Egal, was ich probier. Es funktioniert aber nicht. Das ist doch einfach nur Besitz. Ich fühl mich echt betrogen. Ich mich auch. Ich hab die ganze Zeit auf die 8 gehofft. Oh, da kommt die 8 im Rimmer. Oh, Mann, ey. Egal, was ich hab. Ich geh schon mal. Der passt wieder. Der muss auch mitspielen. Wie funktioniert das doch nicht? Mit 8 und 2 gewinn ich nix. Da hätt ich eben auch nix mit gewonnen. Jetzt gewinn ich die Runde aber mal. Doch, 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 doch. Da. Sepp! Ey, ich seh mich da. Ich will einfach nur zu meiner Mama. Bam! Ja, hab ich auch. Ja, hast du auch. Hast du auch. Hast du auch? Da ist die Dame. Ja, moin! Hm. Ach, guck mal, was hätt ich gewonnen. Nix. Du musst mir an das Herz der Karten glauben. Ja, aber nicht mit 8 und 2, Alter. Ja, dann wär da ein Drilling dabei rausgekommen oder so für dich. Aber die Karten, die man wegwirft, werden nicht wieder neu reingemischt. Achso. Achso, funktioniert das? Das wär auch ganz schön. Oh, guck mal. Ja, Moment, das wär ja auch Quatsch. Ach, egal. Ah, Mann, ey. Boah. Langsam muss ich pinkeln. Ich hab richtig Hunger. Ich hab eine ganze Flasche Wasser jetzt leer getrunken. Ey, bitte jetzt sterben. Ich hab Hunger. Ich will was essen. Ja, okay, komm. Dann spiel wir auf. Nee, die Runde können wir nicht offenspielen. Nee, die Runde können wir offenspielen. Das hast du gerade gesagt, ja. Was ist denn hier los, du Pussy, ey? Komm! Ja, 5 und 2, Alter. Kreuz. Oh, shit. Kreuz ist schlecht. Warum das so ass zu meinen? Du hast doch das höhere Flasch. Das stimmt, aber... So eine Flaschchance ist niedrig. Boah, ja, sogar ein Ass noch. Ja. Easy. Also... Weiß nicht, was du hast, Christian. Ja, ey, weiß ich auch nicht. Oh, es ist schon wieder dunkel draußen. Ja, wenn du überlegst. Jeder Tag nach Zyklus dauert 24 Minuten. Ja, wir spielen schon eine Woche hier oder so. Wir spielen jetzt, äh, ziemlich genau zwei Stunden. Ja, dann sind doch einfach gar nicht mehr da. Ja, sonst noch machen. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Offen? Nee, da spiel ich nicht mit. Okay. Okay, 24 für zum Gucken mache ich. Ja, mache ich auch. Den Dollar wäre ich auch nicht mitgegangen. Da können wir noch mal einen draufsetzen. Ja. Da sehe ich mich. Also nix sehe ich mich nicht. Da bin ich am Start. Hast du den Drilling? Ja, du hast den, oder? Nein, den Drilling habe ich nicht. Ich habe ein paar dreien und ein paar neun. Dammit. Na, vielleicht kommt da noch ein Ass. Na, ich dachte quasi, Kicker ist immer noch am höchsten. Na, die neun getroffen. Immerhin. Nice, nice. Fängt auch noch an zu regnen, ey. Ja, Sepp. Muss ich gleich im Regen nach Hause. Ja, du bist so wieder zurückgegangen. Da kannst du deiner Frau erzählen, dass du mir die ganze Wochenmiete versoffen hast. Nee, gesoffen habe ich ja nicht. Ach so toll, das tut doch gar nicht. Aber ich kann dir auch erzählen, ich hatte die achtfache Wochenmiete, hatte ich schon mal auf der Hand. Und dann darf ich wieder gehen. Was haben wir denn hier? Ja, komm, die 20 können wir haben. Brrrr. Ja, sehe ich mich. Ja, komm, machen wir mal. Ja, ich habe auch eine gute Hand, muss ich sagen. Reicht nicht, aber wird schon. Das ist echt das Schlimmste. Soll was? Nein! Oh, krass, der hat weggeworfen. Oh, die falsche Taste. Komm, check mal. Nee, gecheckt wird nicht. Ich habe schnell wieder getroffen, Sepp. Welch Treffer gehe ich mit? Ja, ich weiß. Manchmal gehe ich auch mit, wenn ich nicht getroffen habe. Ja, ist okay. Hättest du den gewonnen? Ich hatte das. Ja, dann hättest du gewonnen. Ich hatte ein Achterpärchen noch vorhanden. War aber wahrscheinlich ganz gut, der die wegschmissen hat. Na, gar nichts. Aber bei Sepp hätte ich noch easy mitgehen können. Oh Sepp, 1,638 nur noch. Das ist okay. Das ist nicht mehr so viel, mein Freund. Das reicht ja kaum noch für eine Flasche. Schnapp es. Ja, ein Cheeseburger reicht aber. Nein. Cheeseburger am wilden Besten. Na komm, Krisch, schmeiß weg. Fuck. Und ich bin dafür am Stitzel. Und zwar, die kann man sich das mal angucken, oder? Und jetzt geben wir Full Ham hier. Gucken wir mal. Yes! Sepp. Du hast es gesagt. Nein, 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 nein. Da gehen wir Full Ham bei den Karten. Deine Mutter geht auch Full Ham. Schade. Ich hab mich wieder getroffen. Alter, ey. Sammy, wo ist meine Glückskatze hin? Keister. Die war die ganze Zeit hier auf meinem Schoß. Nimm sie weg. Was ist das Licht da los? Hä? Ich hab noch nicht mal Karten. Nee, der Klaviermann. Dein letztes Lied. Das ist mein letztes Lied hier. Wie mir das Lied von Glied. All in. All in. All in. Für 20 guck ich mir die Karten an. Ja, 20 guck ich mir auch an. Die hat jetzt noch genau einen Dollar, um gleich all in zu gehen, ne? Das stimmt. Da seh ich mich in der nächsten Runde. Diese Runde seh ich mich dann nicht so. Achso. Das ist doof. Ja. Viel Spaß. Den kannst du haben, Christian. Ja. Danke. Wenn nix, kann man nicht all in gehen. Jetzt hat theoretisch gesehen, ob die auf die Straight hoffen können, aber vielleicht noch zwei Karten treffen müssen. Oh, zwei ist natürlich hart. Hast du gesehen, wie ich gar nicht gemischt hab? Ich hab die Karten aufeinander gelegt, die Bilder haben nach oben gezeigt und dann zack, waren die trotzdem gemischt. Ich misch die ja extra nochmal. Na komm, dann tun wir was schönes. Jetzt müsste ich doch hier all in gehen können, ne? Weiß ich gar nicht. Aber theoretisch. Ah ja. Doppelkönig. Ah ja. Du hast Doppelkönig? Da seh ich immer noch nix von dem all in. Ich muss ja erstmal bis 1 Euro hoch. Du hast Doppelkönig? Wie viel hast du denn? Ich hab nicht Doppelkönig. Hast du auch Doppelkönig? Das wär aber lustig, dann werden alle Könige raus. Ja komm, nur damit er raus ist. Gönn dir. Halt auch ein König. Oh, acht, neun. Fünf König. Oh, König sieben. Neun reicht mir schon. Eine neun. Alles andere trifft einfach nicht. Da ist die fünf. Da ist die zehn. Da ist die fünf. Oh mein Gott. Nein. Ich geh jetzt. Ab sofort spiel ich nur noch um einen Dollar. Egal welcher. Jennifer. Ab jetzt spielen wir um einen Dollar. Jennifer. Sie wartet auf mich. Sie hat das Essen fertig. Ab jetzt gespielt um einen Dollar. Alles klar. Ach, sehe ich nicht. Wenn man sehen will, spielt man auf einen Dollar. Ne, das ist aber auch lame. Das ist mir egal. Egal welche Hand. Ich kann nur noch nicht sitzen. Also wenn du sehen willst, dann geht ja immer nur einer mit. Das ist doch scheiße. Wir können ja beide mitgehen. Nehme ich da durch Verkarten. Da, guck mal. Nee, nee. Bram, was machst du denn du da jetzt? Nee, nee. Mit 8-2 gehe ich nicht mit einem Dollar mit. Komm, ich habe auch eine 2, Bram. Ja, und ein Aß oder was? Nee, eine Dame. Ah, schon mal Highcard. Ja, aber Zip hat zwei Pick. Und eine bessere. Schon eine rote Karte dabei. Ah, gewinnt die Dame. Ah. Lass sie nicht. Komm, du bist mal mitgegangen. Mit 8-2, Alter. Aller Junge. Nee, nee. Aladin. Alga bin ich nicht. Alga. Alga stinkt. Alga stinkt, wirklich? Ist ja mein Aquarium davon voll. Oh fuck. Wie konnten die beiden Lappen eigentlich so früh rausfliegen, ey. Das kann doch gar nicht sein. Oh Gott. Ja, Bram, wieso gestern ist wieder raus? Ich bin auch raus. Wenn, dann müssen wir alle wieder reingehen. Alle die Karten weggeschmissen. Wie funktioniert das denn? Achso. Nee, Christian hat eh gewonnen. Ja, Sepp, mit 4 und 8, was soll man denn machen? Ja, Bram, geh doch einfach mal. Zeig doch mal kurz. Zeig doch mal kurz. Du brauchst nicht nur einen großen Liderriemen, du brauchst auch dicke Eier. Nee. Das sieht doch voll scheiße aus. Hast du schon mal die Eier in deine Alte gesteckt und dann hat dich gesagt, man fühlt sich das gut an? Nee, aber wenn die die klatscht, dann ist das auch ganz gut. So. Halt. Elf. Ramen. Jetzt mach doch mal nicht so eine Kacke hier. Danke. Du bist echt... Der Kommentar hat einen Ass. Und du hast auch einen Ass und einen Joker. Weißt du, du sagst. Ja, weil ich wär auch so gegangen. Ja, natürlich. Jetzt wär ich noch der Gewinner gewesen. Christian, nice. Nee, jetzt doch nicht mehr. Warte doch. Was hast du denn? Was hast du denn im Rampf? Weiß ich nicht mehr. Ich hab Christian gemacht. Oh, den Zack. Ich will doch nur zu Chantal. Oder Irmgard, mir egal. Dein Alter heißt Chantal und Irmgard? Ja, irgendeiner aus der Nachbarschaft. Das ist so ein siamesischer Zwilling. Ja. Mit zwei Köpfen. Ja, ich heiße Chantal und Irmgard. Wird da nicht eine Person? Weiß ich nicht. Die haben einen Körper und zwei Köpfe. Also, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ganz interessant. So, da sehen wir uns doch, oder? Ja, komm ey. Jetzt will ich aber auch sehen, Bram. Ja, jetzt siehst du auch. Oh Mann ey. Oh, Pärchen. Ja, weißt du, mit so einem Rummel geht er mit? Ja, Pärchen ist doch okay. Wartet hier, bis er ein gutes Blatt hat und dann... Vorher war ich nicht meine Bildkarte. Hast du jetzt auch noch keine Bildkarte? Jawoll. Moin! Natürlich! Da ist natürlich ein Training für Sepp. Ja, Bram. Brauchst kein Bild zum Gewinnen. Du hast einen fucking Ass. Nein. Das war kein Bild. Ja, es ist kein Bild. Nee, da ist kein Bild drauf. Das ist kein König-Bube damals. Was ist denn da sonst drauf? Ein A. Ach so. Wie eine 7. Okay, also Ass ist eine Nummernkarte, ja? Ja. Langsam bin ich erfüllt. Nur mit einem Buchstaben drauf. Es ist kein Bild. Oh Gott. War ganz logisch. Ach so, ich spiel nicht. Ozeala. Ach, Mann. Das enttäuscht mich echt, ey. Alter, du gewinnst auch eine Runde nach der anderen, weil du jedes Mal zwei Bilder auf der Hand hast. Das stimmt überhaupt gar nicht. Ich habe immer den größten Rummel auf der Hand. So wie jetzt. Ja. Ass und Rummel. Ich gehe einfach nur. Ja, und guck mal deinen Rummel an. Ja, 37. 37. Ja, ey! Christian, du hast keine Chance. Du gewinnst. Bäm, Knie nieder! Und... Oh, Mann, ey. Das ist aber... Also wird das hier doch nix. Ach, Gertrud, ey. Wie will die denn schon wieder? Oh, Gertrud hat angerufen. Juhu. Ey, die schickt mir schon Bilder. Ja? Ja. Von ihrer geilen Rosette. Gertrud nicht die, die sind mit den zwei Arschlöchern. Alter, ey. Hast du noch ein Loch reingebohrt? Okay, ja, ey, ich seh mich da... Die hat mir geschrieben, wenn ich noch einen Dollar setze, da seh ich mich. Da seh ich mich. Ob der schon wieder was hat, ey, das kann ich nicht erzählen. Nein, scheiß Dame. Aber reicht manchmal auch. Ich krieg mich doch hart nah nah, ey. Wollte nicht auf dich hören, Sepp. Okay, ich hab jetzt noch ein Bild gekriegt. Ey, Bram, soll ich dir das weiterleiten? Nee, lass mal. Pfff. Egal, was das ist, ich will das nicht haben. Glaub, ich muss mein Handy drehen, damit ich die vernünftig erkenne. Was ist das denn dann für ein Bild? Das weiß ich auch noch nicht. Ich muss mein Handy drehen, damit ich es erkennen kann. Ach so, das mitdrehen ausschalten erst. Ja, das ist immer aus. Ich krieg häufiger so Bilder, das nervt dann. Ist ja eklig. Ja, seh ich mich. Guck mal, brauche ich selber nicht mal eingeben. Ihr macht mir das echt entspannt. Gut. Oh, das ist höher. Das ist höher. Booyaka! Oh, Christian, oh nein. Das ist nicht gut, Christian. Fehlen schon mal zwei Karten. Natürlich kommt da wieder die Hurendame. Alter, der Christian, der zieht uns aus. Okay, ich schick Christian einfach das Bild. Nee. Nee. Na genau, bin ich auch für schick Christian mal lieber das Bild. Nee, nee. Ich sitze und die ganze Zeit erfahre alles. Nee, Christian, du zeigst einfach nicht genug eins aus. Okay. Deswegen bekommst du das Bild. Okay. Ah. Ich hätte schon Bock auf Gudrun, ey. Oh, die habe ich auf der Hand. Die sieht genau so aus. Bram ist schon wieder am Struggle. Ja, komm. Bram, ich hab Gudrun. Komm. Ich will Gudruns Bild nicht haben. Dann setze ich lieber alles. Mach das mal kurz. Ich geh mal den Pickel. Gudrun. Und 6 und 5. Gudrun. Aber suited. Jetzt kommt der Flush. Ja schon, lass das mal nicht gewinnen. Gudrun. Bring mir den Sieg. 08. Doka. Halt's ab, wer die 6 kriegt. Gott sei Dank. Gudrun ist raus. Die lösche ich direkt bei Whatsapp. Gudrun ist raus. Löschen. Nur mal Blockchen. Gudrun war scheiße. Und die konnte man auch nur im Dunkeln ertragen. Dann musstest du ja immer mit Mehl einreiben, um eine feuchte Stelle zu finden, oder? Ne. Das ging eigentlich. Aber die war... Sagen wir überall nass. Boah. So ein richtig geiles Schmitz. Alter, Gud. Was ist da los? Nice, Alter. So, wir machen jetzt Sepp-Arm. Äh. Jetzt sieht es aus. Endlich. Ja, dann mach das mal. Ok, Bram verliert. Wenn er gegen uns beide... Wenn er gegen uns beide gewinnt, hat er wieder richtig viel Kohle sonst. Bram verliert safe. Ich seh das. Oh, das kann gar nicht gut gehen für Brom. Ass fucking Highcard, Junge. Fortuna, küss... Mein... Ja, Ass. Ok. Warte, ich dachte erst, da kommt jetzt noch die zweite 5. Weißt du, ich hab's... Ich hab's schon gesehen. Das wär noch geil gewesen. Ok. Ja, Jungs. Ich geh jetzt zu Brunnhilde und wünsch euch noch viel Spaß. Geil. Bitte keine Bilder. So, Christian. Wie machen wir das jetzt? Erstmal... Wir spielen jetzt um 4 Cent. Ok. Erstmal um 4 Cent. Ach, Quatsch. Aber von mir aus können wir weiter einfach maximaler Einsatz machen. Ja, von mir aus... Ist ok. Was haben wir denn da? Ohja, damit will ich das sogar spielen. Ok. Also ich hab meine Karten noch nicht gesehen, als ich das gesagt hab. Aber schlecht sind die jetzt auch nicht. Oh, Ass 2. Das ist die Dame. Das ist die 5. Das ist das Ass. Der mit... ... wird sie jede Runde verdoppeln oder halbieren. Alter, ich geh mit dem Arm. Mein Arm ist voll krass. Was ist das denn jetzt gewesen? Der hat hier einfach mal ein Glas kaputt geschmissen. Ich spielte ja schon wieder den Shit, Alter. Ich hör die Musik schon gar nicht mehr. Ich will den Klavierspieler entschießen. Da glaubst du erst mal dem Shit, mein Watzke hier entschießen. Das werd ich gleich als erstes machen. Ah, ich bin dran. Was hab ich denn? Das ist richtig. Boah, der Christian, da tut mir leid damit gar nicht. Doch, doch! Ach komm, ich hätte 3 und 9 gehabt. Mit 2 und 7. Ja, 3 und 9 ist... Ja, ja. Wer hat denn den Pott? Geil. Ob das jetzt noch 10 Minuten länger dauert, das Video oder nicht. Das kommt dann auch nicht mehr drauf an. Ich bin voll scheiße, dass der Einsatz nach oben hin begrenzt ist. Ich find das komisch, dass die Blinds sich nicht erhöhen. Das ist halt... Du kannst hier ewig spielen. Ja, ne, nicht ganz. Das Haus zieht ja immer 2 Cent an. Ja, aber aus dem Pott! So, hier. Geil. Hier am Stüssel. Dame 10. Shoot it. Oh, das ist nicht schlecht. Die 4! Natürlich! Natürlich gewinnt sie jetzt mit einem paar 4 an. Die 4 gewinnt! Na klar. Oh Mann, Alter! Alter, wenn wir nochmal um Dollar spielen, hast du noch 4,20. Ja, wenn ich verliere. Ja, ne, sobald der gesetzt ist. Wie bei den... Ah ja, stimmt. Wie bei den Candles. Da hab ich auch ein geiler Thumball gemacht. Moment, jetzt musst du ja 2 in dem Small Blind, das fickt uns gerade. Scheiße. Nein, tut's gar nicht. Kann doch nur noch 98 setzen. Das stimmt. Ah ja, lol. Ah ja, klar. Damit du auf einen Dollar hochkommst. Ja. Und bei 420, da seh ich mich. Peter, ich immer der gleiche. Immer der gleiche Typ im Klavier seit Tagen sitzen. Ja, ohne Witz. Ey, er hatte nix zu tun. 4 und 5. Ey, nix ist unmöglich. Jemand hat die 4 gerissen. Ah, da ist der König. Da ist die 4. Da ist die 4. Da ist die 3, okay. Da freut er sich mit seinem Backenbärtchen. Das Hauskassier 10. Okay, hier schießt den Barkeeper und den Klavierspieler. Können wir wie viel Geld der mittlerweile hat? Ja, ohne Spaß. Wir spielen ja hier schon seit einer Woche. Wenn er sich jedes Mal weiter rauszieht. Wobei ich glaube, das Haus, damit ist quasi die Bank gemeint. Egal. Oder? Wer von uns beiden ist die Bank? Weiß ich nicht. Aber ich habe komischerweise so eine Rolle Kleingeld in der Tasche. Äh, tut mir leid, Christian. Die Runde musste ohne mich spielen. Echt? Aber ich hab 5 und 9, Alter. Ja, glaub ich dabei. Komm. Ich hab 9 und 3. Geil. Ah, ich hab doch Asskönig. Bin ich am Schlüssel. 6, 10, 7, 2. Geil. Splitport. Nice. Aber ihr kriegt beide weniger wieder. Nur 94 Cent. Weil der Rest geht ans Haus. Scheiße. Alter Maul. Da hinten. Der Opa rennt schon wieder verwirrt nach draußen. Nee, geh nicht Opa. Du kommst eh heute Abend wieder. Ja. So, was haben wir jetzt Schönes auf der Hand, Christian? Diablo Watch. Weiß ich noch nicht. Ich würde am liebsten setzen, bevor ich die Karten sehe. Ah, komm wir gehen jetzt einfach. Ich hab ein gutes Gefühl. Pfff. Ja, also ich setze. Hey, ich hab da ein gutes Gefühl gehabt. Ich hab richtig tolles Gefühl. Mit 2 und 8. Ja, guck mal. Komm schon ein Pärchen. Oh, lol. Ja, okay. Das heißt, mir reicht nicht mal die 2. Ich brauch 3 2. Also 2. Pfff. Alter, ich dachte ganz kurz. Also wenn man Poker als Glücksspiel spielt, ist das schon ganz schön glücklich. Da geht der nächste Verwirrter da draußen. Wieso haben die da eigentlich auch alle mal den Mund auf? Ich hab schon bewusst, dass wenn wir Poker als Glücksspiel spielen, wir statistisch gesehen jeder jedes zweite Mal auch gewinnen. Ach, Quatsch. Das geht nie vorbei, Christian. Ja, aber wenn man unterschiedlich hohe Karten, das kann gar nicht 50% sein. Warum nicht? Weil doch jetzt jeder die gleiche Chance. Ja, aber sobald du die Karten aufhören hast, ist das doch schon negiert, oder? Weil, also allein schon auf den Kartenwerten. Ich hab suited Karten. Ja, ich nicht. Aber dafür hab ich 2 gleiche. Okay, die 8 reicht schon mal nicht. Das heißt, es muss König kommen. Oder 2 8. Da ist der König. Da ist der König. Ach, Lecker. Da ist die 9! Da ist die 9! Easy. Oh Mann, ey. Das ist ne, grad hab ich gewonnen. Jetzt gewinne ich wieder. Na, gucken wir mal. Der einzige, was ich verliere, ist Runde für Runde das Hauskassier. Das ist ja 10, ja. Das stimmt. Warte mal, warte mal. Wie viele Leute haben wir angefangen? 5, ne? Ja. Jeder hat 5 Dollar reingeschmissen. Das heißt, am Ende müsstest du eigentlich mit 20 Dollar hier rausgehen. Alter! Also, mit 25 eigentlich. Oh, scheiße. Das hat geschält. Ich muss schnell... Setz mal schnell. Ja, Moment. Ich hab schnell gesetzt. Okay, ich bin dabei. Ich hab zwei vielen. Fünfe. Und was kommt jetzt? Ja, ne 5. Ne 3. Da ist der Kreuzflasch. Jumoi. Bei 5 Leuten. 25. Alter, Junge haben die schon viel Geld abgezogen. 7 Dollar. Etwas weniger. 6 Dollar. Was ist passiert? Mit Kreuzflasch hab ich gewonnen. Oh, lol. Toll. Und die haben schon 6 Dollar noch was abgezogen uns, das Haus. Das heißt, jetzt müsste ich wieder gewinnen, ne? Ja, 50-50 heißt nicht, dass wir nacheinander gewinnen. Doch, doch. Im Schnitt. Jetzt. Boah, das gewinnst du nicht. Oh, shit. Das könnte ich echt nicht gewinnen. Ich hab Doppeldame. Ich hab König 2. Ähm, König... Ja, ich muss einen König kriegen. Aber Doppeldame ist stark. Da pfeffert der auch einfach die Karten dahin. Also hier, Junge. Nimm das. Und da ist der Bube zu. Oh. Hä? Schade. Oder die Waldwehr. Gibt's ja nicht. Aber ich bin bei 5 Wochen 84. Alter! Christian, also wie gesagt, hin und her spielen dürfte eigentlich nichts bringen auf die Statistik gesehen. Ja, ich will scheißen auf die Statistik. Ja, aber dann ist das wirklich nur reines Lack. Jeder hat die gleichen Chancen. Wir müssen aber auf den nächsten Hunter wieder normal spielen. Alles klar. Oder willst du jetzt schon? Mir ist doch egal. Nein, hier oben hier. Da sehe ich mich. Ja, aber auch König zählt. Oh, hat Ast 5. Ja, immerhin zwei Herzchen. Okay. Straße, natürlich. Natürlich habe ich die Straße. Alter! Da können wir weiter in voll setzen, Christian. Ja, aber bei 3 Dollar. Pass auf, wir machen folgendes. Nur passen oder voll. Okay. Dann hast du jetzt ein bisschen Möglichkeit Sachen zu beeinflussen. Ja, das ist okay. Nur passen oder voll. Das ist gut. Na, mit 2 und 4 gehe ich nicht mit. Tut mir leid. Ich darf raus. Ich habe dir einen ganzen Pott von 8 Cent gestohlen. Nimm dies Haus. Na, mindestens 2, oder? Doch, auch gar. Und diese Animationen, wo man noch den Chip in die Mitte schmeißt, ey. Das Mischen geht mir viel mehr um den Sack. Jawoll. Jawoll. Dann würde ich zumindest sehen wollen. Ass. Äh, ne, nicht das. Äh, Dame 4. 4. Ja, 9, 5. Zumindest Flasche und Straße ist noch drin. Ja. Okay. Dann zieh ich dich einfach raus. Schade. Der hat mal eine 6 bei gewiesen. Das ist doch von der Monsterarme. Diese Animation, wenn du dich so nach vorne lehnst, um das Kartendeck auf die andere Seite vom Tisch zu legen. Alter, sowas ist der Tisch gar nicht. Ah, damit kann man was sehen. Ich weiß meine Karten noch nicht. Ass, äh, ne, scheiß nicht. Ass, Dame 5. Ass. Und Dame 4 lief doch schon gut. Der nimmt übrigens nie die Devil-Card weg. Fert mal auf. Der spielt immer falsch. Oh, ne. Pickflash, Junge. Pickflash. Ah, shit, ey. Ah, 7 Runden kann ich noch gewinnen oder verlieren. Willkommen bei Youtube, einfach mal so ein 3 Stunden Video hochladen. Ja, was denn? So, ich bin dran. Was haben wir? Jo, Alter, da seh ich mich. Du scheiße mit dem Kackener aus. Was machst du? Dann gibst du mir die 4 Cent. Ich geb dir die 4 Cent. Ach Scheiße, ich hab 8 und 4. Ich hatte 5 und... 5 und... Ja. Er lacht aber auch immer, weißt du, er freut er sich richtig so. 4 Cent wieder, geil. Eine kleine Ziggy. Ja, das gibt bei dir noch nicht viel Geld. Lecker, lecker. Mal langsam wäre ich müde. Wie könnt ihr eigentlich 15 Stunden Poker spielen da an so nem Tisch eben? So, du musst... Au, scholl. Shit. Scholl. Das war Schuldigung und Shit. Scholl. Ja. Da, da, da. Da, da. Oh, 9 ist schlecht. Da, da. 9 ist schlecht. Ich brauch 2, 10. Ja, dat wart. Ja, die 10 reicht ja. Das wart. Ah, ja, stimmt. Stimmt, klar. Aber du gewinnst natürlich mit dem Part rein. Natürlich. So. Weiter geht's. Das macht mich echt wahnsinnig hier alles. Alter, pass auf, ich sag folgendes. Wie lange das dauert, bis die die Chips da hinlegen. Ich spiele jetzt noch 6 Minuten und dann gewinnt der mit mir Kohle. Ja, wenn du mich überholst, höre ich auf. Alter, das macht mich ja verhindert, das Spiel. Alles klar. Ja, ich... Ja, das wehe ich mich auch hier. Hahaha. Das kann mir doch keiner erzählen. Zwei Stunden. Ich hab mal ne Dame. Ah, ich hab nur 10. Okay. Du, 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 du. Da... Da ist die 10! Da ist die 10! No! Da läutet auch direkt die Glocke. Uh, letzte Runde. Guck mal mal. Aber das stimmt, mit meinem Monsterarm, der mal wieder in der Kratendecke reicht. Alter, hab ich riesenarm. Mein linker Arm ist auch länger als der rechte. Oh... In irgendeiner Perspektive sehe ich zu dem Spiel nicht gut. Oh, dat war ein Zeichen. Dat war ein Zeichen? War das ein Zeichen für rein oder für passen? Für mich war das ein Zeichen für rein. Ja, leider, da ist das ein Zeichen für mich für passen. Was? Ich hatte das, Dame! Ich hab 6 und 3. Den Pott gehst du, du Sau. 18. Und die Bank kriegt wieder 2. Guck mal, wie viel Geld da noch drin ist. Wir sind bei 17 Euro, 17... Das stimmt, was passiert eigentlich? Theoretisch, wenn wir so lange spielen würden, dass wir weniger hätten, als die Bank kriegen würde. Also, dass wir dann quasi nur noch 2 Cent hätten. Geht das? Weiß ich nicht. Ja, komm. Ich sag jetzt schon mal... Ich spin dabei. Mitgeben. Da haben wir 7. As 5. Ich hätte gern 2 Rote schonmal. Das würde mich schonmal beruhigen. Das ist okay. Da ist sie! Da ist sie! Ich weiß, dass man die Blinds nicht erhöhen kann. Doch, verlassen. Alter, das war belastend. Wenn es euch gefallen lassen, liked das. Ne, ne, ne. Ich bin noch lange nicht fertig hier, mein Freund. Achso, ich dachte mal, ich bin jetzt aufgestanden. Ich hab gewonnen. Du sagst es, wenn ich dich überholt habe, wirst du auch... Ja, ja, klar. Also, aufgestanden bin ich auch. Aber ich bin mit dem Spiel noch nicht fertig. Achso, jetzt wird erstmal der Wichs an dem Klavier aufgeknallt. Ja, aber sicher doch. Können wir die Tür für dich öffnen? Na, hier, Freunde. Hallo. Ne, das interessiert den gar nicht. Ich hab ihm ne ganze Ladung in den Rücken gegeben. Und der guckt mich einfach nur dumm an. Wollt ihr mich verarschen? Den kann ich erschießen. What the fuck? Ja, den auch. Okay, ich bin zu dumm. Den... Okay, kann ich auch nicht schaffen. Egal, bedankt und tschüss.